Hallo und herzlich willkommen zu Tasty MTG, dem Podcast zu allen Fragen des guten Geschmacks rund um das Spiel, welches wir alle so lieben, Magic the Gathering. Mein Name ist Geis. Und mein Name ist Martin. So kommen wir zwei uns wieder entgegen, mit Schaudern, mit Grausen, die Karten zu legen. Wenn der Wirrwarr stille schweigt und bevor der Tag zu End sich neigt, euch, wer Sieger ist, sich zeigt. Was du willst reimen? Da mache ich mit. Reimform, das weiß man, ist immer der Hit. Werwölfe, Zombies, Vapiere und mehr. Treffen wir heute. Ich freue mich sehr. Reist nun mit uns in die herbstliche Nacht. Diese wird länger. Drum nehmt euch in Acht. Tagsüber scheint alles bestens zu sein. Nächtens, da weißt du, es trügt dieser Schein. Bestien streifen hier mordend herum. Renn, bleib nicht stehen, sei mutig, nicht dumm. Die Nächte werden länger, die Tage furchtbar kurz. Dir wird es bang und bänger, zum eigenen Verdruss. Doch lass dir eines sagen, du bist hier nicht allein. Gemeinsam können wir's wagen, auf Innistrad zu sein. Ob Schwarz, Weiß, Grün, Rot, Blau. Ob Artwork, Flavor, Story. Wir schauen ganz genau. Und kaum aufs Gameplay. Sorry! Was ist mit Arlen, Sorin und Co.? Hört es im Innistrad Set Review. Los geht's! Ja, da sind wir wieder. So, und das machen wir jetzt mit dem Rest der Folge. Denn ich habe hier eine Socke. Ungefähr so reint meine Tochter die ganze Zeit. Sie sagt irgendwas und weiß nicht, wo es endet. Und dann kommen lustige Sachen bei rum. Ich hab kurz überlegt, ob ich jetzt auch noch einen Reim machen soll, aber ich glaub, wir reden einfach normal weiter. Denn hallo, Guys. Wir haben viel vor. Hallo, Martin. Auf jeden Fall. Wieder mal ein Set Review. Ich freu mich so. Das erste für Zweien, denn wir sind wieder mal ein Innistrad. Und nicht nur einmal ein Innistrad, sondern zweimal. Genau. Und das ist das erste Set dieses Doppel-Releases. Wir besprechen über Midnight Hunt, die Mitternachtsjagd. Mhm. Wir geben euch einen kleinen Überblick über die Story. Beschäftigen uns mit Arlen Court, den ganzen Wehrwölfen. Und was macht die Gatewatch eigentlich in Innistrad? Coole Frage. Dann machen wir natürlich wieder den Flavor-Check und überprüfen für euch, wie gut passen die Mechanismen zu dem, wie sie heißen, was sie machen und tun. Wie lustig ist dieses Set und wie spielt sie es überhaupt? Ja, aber das gucken wir nur kurz, ne? Das haben wir ja im Intro festgehalten. Genau, das müssen wir eigentlich gar nicht. Und wir haben natürlich wieder die Tasty Set Awards für euch. Das heißt, wir vergeben Preise für Übersetzungen, Flavor und Artworks. Ein pickepackevolles Set, eine pickepackevolle Folge. Ich würde sagen, lass uns loslegen mit der Vorspeise. Ich habe geröstete Kastanien im Ofen. Hm, passend zur Jahreszeit. Du hast Fanpost bekommen. Du hast überhaupt ganz viel tolles Fanback-Feedback bekommen. Oder wir haben ganz tolles Feedback bekommen zur letzten Folge, wo du dein 3-Frage-Zeichen-Deck vorgestellt hast. Ja, oh Mann, ich war ja wirklich nach der Aufnahme ein bisschen aufgeregt. Ich habe ja so viele Sachen nicht erzählt, die irgendwie noch im Deck stecken und war mir deswegen unsicher, ist das überhaupt rübergekommen, was ich machen wollte. Und ich habe ganz, ganz tolles, viel Feedback bekommen über Twitter, privat, wo man sich das so vorstellen kann und auch einige direkte Nachrichten. Nicht nur digital, sondern eben auch per Post. Denn der gute Tobi, hallo Tobi, großes Shoutout an Tobi. Sagt, hallo Tobi. Tobi ist ein Feinstmann. Denn der, was der gemacht hat, war, was ich irgendwann mal so aus Spaß irgendwo getwittert oder gesagt habe. Er hat mir nämlich tatsächlich drei Fragezeichen, na nicht Proxys, sondern so alternative Artworks gemacht. Nämlich mit den drei Fragezeichen. Er hat die drei Karten genommen, die ich als Commander quasi ausgewählt hatte. Den Glacian, den verwegenen Ermittler und die Akiri. Und hat die quasi so abgewandelt, dass die Artworks nun die da drei Fragezeichen sind. Und oben drüber steht jetzt Justus Jonas. Und dann quasi, wie man das von den Godzilla-Karten kennt, steht unten drunter klein. Dann nochmal die Originalkarte, die hier als Vorlage dient. Und Bob Andrews, der flippt zu Robert Andrews. Was ich irgendwie ganz nett und witzig finde, ne? Und ja, diese Artworks von Lisa Dorina sind auch die, die könnt ihr mal nachschauen, die quasi im drei Fragezeichen Wiki zu finden sind. Und er hat mir auch noch Hinweistokens gemacht mit den drei Fragezeichen drauf. Also mit deren Logo quasi. Oder selber erstellt, so ein bisschen nachgebastelt. Total cool. Schaut euch das auf jeden Fall mal an. Ich hab's sofort gepostet auf Twitter. Und riesengroßen Dank dir, Tobi. Das ist richtig geil. Ich spiel die Dinger und werde sie der ganzen Welt, zumindest der kleinen Welt, die mich umgibt, zeigen. Ich hab's auch getwittert. Und hab die großartige Künstlerin Lisa Dorina verlinkt. Woraufhin es meines Erachtens eine kurze, kleine überraschende, aber sehr interessante Diskussion gab. Nämlich dazu, dass wir natürlich nicht gefragt haben, ob wir ihre Artworks nutzen können hierfür. Das ist in dem Fall vielleicht auch nicht das große Problem, hat sie zumindest auch gesagt, weil wir nutzen das ja quasi nur einmalig für diese Karten und auch nur privat. Haben das aber natürlich trotzdem getwittert und hatten dann noch so einen kurzen Austausch darüber auf Twitter. Könnt ihr sehr gern nachlesen. Sehr, sehr spannend. Und das hat sie natürlich ganz zu Recht angemerkt. Also wenn ihr irgendwelche Artworks nutzt, fragt die Leute, wenn es möglich ist, wenn ihr die irgendwie finden könnt. Und Lisa Dorina, die ist eben direkt auf Twitter, hat es gesehen, hat reagiert und ist eine super freundliche, coole Künstlerin. Ja, und dass ihre Artworks im 3-Frage-Zeichen-Wiki sind, da hatte nämlich auch nie jemand gefragt, was auch nicht so mega cool ist. Aber ich sag mal so, damit kennt man ihren Namen und kennt man ihre Illustration sehr, sehr gut. Denn die 3-Frage-Zeichen-Community, die ist recht groß, wie sich mir gezeigt hat jetzt im Zuge dieser Folge. Und ja, also bevor ihr jetzt fragt, wir produzieren, also weder wir noch Tobi noch Lisa, soweit wir wissen, produzieren Karten mit den 3-Frage-Zeichen, die wir dann verkaufen, in den Handel bringen. Das war jetzt wirklich ein Geschenk, den man bekommen hat. Im privaten Kreis wird damit gespielt, aber wir haben jetzt keine Intention und würden es auch nicht machen, daraus jetzt Karten drucken zu lassen und breit zu verteilen. Also fragt auch nicht an. Genau. Ja, folgt uns auf Twitter, tasty-mtg. Da gibt es immer mal wieder so spannende Tweets und Threads, wenn wir irgendwie aus Versehen Leuten auf die Fußspitzen treten, was wir natürlich tunlichst versuchen zu vermeiden. Aber ja, es gibt spannende Diskussionen rund um Magic und wirklich rund um Magic im weitesten Sinne alles Mögliche, was dieses Thema unseres Spiels halt irgendwie tackelt, tangiert. Ja, und das so als kleiner Nachtrag noch zu unserer 3-Frage-Zeichen-Folge. Sehr gut. Dann haben wir alles abgearbeitet, was alte Folgen betrifft und sind jetzt frisch im Kopf für das neue Set und machen das Licht ein bisschen dunkler. Und ich hole schon mal das Essen, was uns jetzt die nächsten 2-3 Stunden hier durchtragen muss. Und zwar habe ich vorbereitet, Erdäpfel aus dem siedenden Öl mit massakriertem Nachtschattengewächs. Meinst du Pommes mit Ketchup? Erdäpfel mit massakriertem Nachtschattengewächs sind das? Zum Erntedankfest. Danke, Martin. Bitte. Erntedank. Du, ich bin ein bisschen aufgeregt. Es könnte daran liegen, dass ich heute seit Monaten mal wieder Kaffee mit Koffein getrunken habe. Oh Gott. Warum ich das sonst nicht tue, ist eine andere Geschichte. Aber ich glaube, wenn ich auf Innistrad wäre, würde ich auch dafür sorgen, dass ich nachts möglichst wach bin und tagsüber schlafe, wenn so die ganzen Wehrwölfe wieder Menschen sind. Problem ist nur, dass die Nacht auf Innistrad aktuell länger und länger wird. Und damit eben auch die Kreaturen der Nacht stärker und stärker. Genau. Es ist ja nicht so, dass die Bewohnerinnen und Bewohner von Innistrad nicht schon gebeutelt genug wären. Also es ist mittlerweile ja unser dritter Besuch, mein erster übrigens, auf Innistrad. Aber insgesamt war Magic schon dreimal dort. Es ist das Set, das den klassischen Horror ein Denkmal gesetzt hat und viele, viele ikonische Figuren und Top-Down-Elemente des klassischen Horrors benutzt hat. Beim zweiten Besuch war es dann eher der kosmische Horror. Wir erinnern uns, da waren dann die Eldrasi oder Emrakul in dem Fall, war dann der große, unbekannte Bösewicht. Hattest du mal davon geschwärmt, wie witzig das war, auf den Karten Hinweise zu suchen, wo es dann noch diese Zwei-Set-Struktur gab und im ersten Set noch gar nicht so richtig klar war, wo kommt denn jetzt diese Veränderung und Mutation auf Innistrad her, bis sich dann herausgestellt hat, es war eben Emrakul, die sich dort eingenistet hat. Das war toll. Ja, und jetzt hatte man die Hoffnung, dass alles wieder in Anführungszeichen normal ist auf Innistrad, nachdem Emrakul im Mond eingeschlossen wurde. Aber dem scheint nicht so zu sein. Deswegen sind wir jetzt wieder zurück zum klassischen Horror und ich habe hier aufgeschrieben, für mich klassischer Horror plus eins. Also es ist jetzt nochmal eine Stufe drauf auf den klassischen Horror, weil die Nacht, wie du schon gesagt hast, länger wird und damit eben mehr Zeit für Horrorsituation ist. Das ist irgendwie, ich finde es erstmal irgendwie ein schönes Setting. Du hast schon Top-Down gesagt, ja. Top-Down heißt in Wizards Worten sozusagen, dass man sich das Thema genommen hat, also in dem Fall Horror und dann versucht, okay, wie können wir dieses Thema irgendwie in Spielkarten ausdrücken und jetzt nicht sowas wie, hey, wir haben einen coolen Mechanismus und dann gucken wir mal, welches Thema am besten dazu passt. Das wird auch gemacht und das kann auch sehr gut funktionieren. Beides sind vollkommen valide Wege, aber Innistrad ist so, dass, ja, ich glaube auch so ein Fan-Favorite einfach, ne, wo genau das ziemlich gut funktioniert. Also die, wo das erste Mal doppelseitige Karten gedruckt wurden mit Wehrwölfen drauf und Wehrwölfe sind genau das große Thema, ne, das kleine Set-Icon zeigt einen Wehrwolf. Und, ja, auf Innistrad, da herrschen ja quasi sozusagen drei große, ja, Kreaturentypen, sage ich jetzt mal, im Magic-Kartensprech. Wir haben auf der einen Seite die Wehrwölfe, wir haben die Menschen und wir haben die Vampire, unter anderem Sorin Markov, ne, der lebt auch auf Innistrad und da gibt es so ein ewiges Kräftemessen und genau aus diesem Kräftemessen heraus und dieser Balance, die sich auch irgendwie, die sich halten muss, entgeben sich immer wieder neue, ergeben sich immer wieder neue Konflikte. So hat beispielsweise einst Sorin Markov die Avacyn erschaffen, ja, diesen Engel, um eben hier für dieses Gleichgewicht zu sorgen, die Menschen zu stärken und dann gab es eine ganze Kirche für Avacyn, ja, von der finden wir mittlerweile allerdings nur noch Trümmer und Reste, denn die Story von Avacyn, die wiederholen wir jetzt nicht, aber ich sag mal so, das ging ganz schön den Bach runter. Ich kann vielleicht kurz sagen, dass die eben auch beeinflusst wurde von Emrakul, dann dem Wahnsinn verfiel, sich gegen die Menschen gerichtet hat, die sie beschützt hat und Sorin Markov sie letztendlich dann wieder zerstört hat, also sein Geschöpf, das er erschaffen hat, zum Schutz hat er dann auch wieder zerstört. Also eigentlich eine sehr tragische Geschichte. Wer sich näher in die Vorgeschichte des aktuellen Sets einlesen will, ich hab auch hier wieder dieses schöne Buch, was es damals noch gab, The Art of Magic, The Gathering Innistrad. Da werden quasi die Geschichten und Orte und Personen detailliert beschrieben aus den ersten zwei Sets, also da könnt ihr gerne nochmal nachlesen, das, was wir jetzt im Kurzen erzählt haben, denn wir wollten eigentlich die Grundlage schaffen, um zu sagen, okay, wo sind wir jetzt? Ganz kurz, wer sich kein zwei Kilo schweres Buch kaufen möchte, der kann auch einfach den Planeswalkers Guide to Innistrad, heißt der so, durchlesen. Ja. Gibt es aktuell immer noch nur auf Englisch, aber der ist super kurz, den hat man in zehn Minuten durchgelesen oder vielleicht eine Viertelstunde, für mich, ich bin ein langsamer Leser und dann kriegt man nochmal wirklich alle wichtigsten Informationen, die man benötigt, um in dieses Set zu starten. Wir haben mal an Wizards auch so weitergegeben, es wäre geil, das auch auf Deutsch zu übersetzen und haben zumindest gehört, ja, gehen wir mal weiter, vielleicht klappt das ja. Also, wenn es mal auf Deutsch übersetzt wird beim nächsten Mal, dann denkt an euren Lieblingspodcast. Ich würde trotzdem zu dem Buch raten, weil da ist sehr viel mehr Info drin und wer den Planeswalker Guide von Kaltheim noch in Erinnerung hat, wo wirklich viel, viel Text war für jede von diesen zehn Planes, ist vielleicht ein bisschen überrascht, dass das Innistrad so kurz abgehandelt wird, aber man kriegt auf jeden Fall einen guten Eindruck, wo man sich hier befindet. Also, die Grundaussage ist quasi, die Nächte werden länger und damit auch die Zeit, in der schlimme Dinge passieren können. Mhm. Da sind die ersten drei Episoden veröffentlicht und darüber geben wir euch jetzt einen kleinen Story-Breakdown sozusagen, wo ihr das Wichtigste nochmal zusammengefasst bekommt. In dem Fall möchte ich euch aber wirklich raten, lest euch das mal durch, denn die sind ganz gut geschrieben. Und auch auf Deutsch. Zu einem kleinen, wie finden wir das irgendwie auch auf Deutsch, wie finden wir das insgesamt, können wir danach noch kurz sprechen. Jetzt erstmal zu dem, was hier überhaupt passiert. Wer ist denn unsere Hauptfigur hier in dieser Geschichte? Also, es wird aus der Perspektive oder aus, ja, aus der Sicht von Arlen Kord beschrieben. Arlen Kord kennen wir noch aus vergangenen Innistrad-Sets, ist eine, eine Mensch, eine Menschfrau, die aber auch Wehrwölfin ist. Und, ja, ihre Vorgeschichte wird hier einerseits ein bisschen erzählt, wie sie quasi ihre Fähigkeit bemerkt hat, wie sie dann zum Planeswalker wurde. Das wird so ein bisschen angedeutet in Rückblenden. Aber sie ist eigentlich auf Detektivsuche, also ähnlich wie den drei Detektiven aus den drei Fragezeichen, versucht sie herauszufinden, was dahinter steckt, dass eben die Nächte länger werden und damit auch, ja, die Wehrwölfe blutrünstiger und grausamer und sich ja immer weiter vorwagen in die Menschenorte. Arlen Kord ist ein ziemlich cooler Charakter, finde ich. Die hat sich am Anfang total gegen das Wehrwolf-Dasein gesträubt, war auch richtig in so einer, ja, asketischen, also war wie in so einem Kloster in der Kirche von Avassin, hat versucht zu lernen, das zu unterdrücken. Bis dann irgendwann ihr Planeswalker-Funken übergesprungen ist quasi und sie plötzlich als Wehrwölfin auf einen anderen Plane gereist ist, wo sie sich auch nicht mehr zurück verwandeln konnte und dann quasi gezwungen war, in Wehrwolf-Gestalt durch die Gegend zu ziehen. Und damit hat sie dann auch so diese Wehrwolf-Seite, ja, zu schätzen gelernt oder damit in Einklang zu leben und auch die Vorteile dessen wahrzunehmen und ist jetzt aber wieder auf Innistrad, kann frei ihre Form wechseln, wie sie das möchte, aber es ist in ihr auch schon ein Kampf irgendwie gegen dieses, gegen dieses Animalische, was sie hinaus sieht in die Nacht und dazu zwingt irgendwie, ja, Menschen und Tiere zu überfallen und zu morden, das möchte sie nicht. Also sie ist ein total spannender, guter Charakter, also sie ist keine schwarze, plumpe Kreatur, die nur nach Macht strebt, sondern sie hat Konflikte in sich und um sich herum. Und ist auch eine reflektierte Figur, also ich finde das wirklich eine sehr faszinierende Figur, also ist jetzt auch nicht so ein 20 oder 30 something, wie die anderen Planeswalker gefühlt alle sind, sondern sie wird, glaube ich, auch schon immer dargestellt, dass sie etwas älter ist, also, kann man vielleicht sagen. Mitte 40 ungefähr. Ja, genau. Und hat dadurch eben auch eine sehr viel reflektiertere Sicht auf viele Dinge und das merkt man auch in der Geschichte, was wirklich sehr gut gelungen ist, dass sie da eben wohl überlegt an die Sache rangeht und ja, jetzt nicht einfach darauf losstürmt, wie Chandra das vielleicht tun würde. Also Alan Core zieht durch Innistrad und wird quasi angelockt, sie und ihr Rudel von so einer Gruppe, jetzt muss ich kurz fragen, heißen die Heckenhexen? Die heißen irgendwie Hedge Mages, ne? Wir sagen einfach Heckenhexen, weil das ein schönes Wort ist. Ja, ja, es gibt diese eine Kreatur, die Heckenhexer heißt, also diese Heckenhexen und die haben was ausgeheckt, nämlich einen Plan, sich diesem Problem anzunehmen mit den längeren Nächten. Die haben nämlich auch den Wunsch, das Ziel, die Dauer, die Länge der Nächte wieder zu normalisieren. Und die Anführerin von diesen Heckenhexen, das ist Kalinda, also das sind nicht nur Hexen, das sind auch MagierInnen, ZauberInnen, ja, also alle möglichen Formen von Wesen, zumeist menschlichen Wesen, die eben auf Innistrad versuchen, da das Gleichgewicht zwischen Tag und Nacht wieder herzustellen. Dann trifft sie auf Kalinda. Genau, und der Zirkel von Kalinda, das ist eben tatsächlich so eine kleine Einheit innerhalb von größeren Ansammlungen von verschiedenen magischen Zirkeln und da ist eben diese Heckenhexen sind dann eine besondere kleine Gruppe, die eben einen besonderen Plan gefasst hat, um das Tag-Nacht-Gleichgewicht wieder herzustellen. Denn sie wollen ein Ritual durchführen, das das Gleichgewicht wieder herstellt und dazu wollen sie sich des Celestus bedienen, das ist ein riesiges, eine riesige Apparatur aus Zahnrädern, Schwingbögen, die miteinander, ja, bestimmte, also es könnte ein Zeitmesser sein, aber es hat anscheinend auch einen Einfluss auf die Tag-Nacht-Gleiche, sagen zumindest die Heckenhexen. Und mit dem Ritual wollen sie dann eben die Tag-Nacht-Gleiche wieder herstellen. Zumindest was, was vor unendlichen Zeiten mal von den Heckenhexen, als die noch sehr stark auf Innistrad waren, bevor es die Kirche von Avasin gab und so weiter, mal gebaut wurde, vielleicht als Forschungsinstrument, ja, aber vielleicht auch als Teil einer großen magischen Apparatur. Also Arlen, ich glaube, die zögert am Anfang, da mitzumachen, aber merkt dann Stück für Stück, dass sie keine Wahl hat, denn selbst ihr Rudel, das zieht irgendwann davon. Denn es gibt ja einen Widersacher, sag ich mal, oder jemanden, der versucht, sich die Länge der Nächte zunutze zu machen, um seinen eigenen Machttrieb zu folgen. Und zwar Tobola, der zieht hier auch rum. Das ist ein Wehrwolf, ja, der leider, muss man sagen, einfach Macht haben will, so simpel es klingt. Ich hoffe, da bricht sich noch irgendwas auf und wir erfahren noch ein bisschen mehr über ihn und seine Absichten. Aber der zieht jetzt die ganzen Wehrwölfe auch aus anderen Rudeln an und strebt jetzt danach, der große Wehrwolf-Anführer zu werden. Und das erwischt auch Arlens Rudel, die dann irgendwann mit ihm mitziehen, in diesem, ja, nicht zu bezwingenden, animalischen Trieb zu jagen. Die kann dem noch widerstehen, aber findet sich dann plötzlich allein wieder und wendet sich an die Heckenhexen und hat da, ja, will da mitmachen und das Gleichgewicht wiederherstellen und auch ihr Rudel zurückbekommen. Und Tobola und Arlin verbindet auch, dass sie eine gewisse Zeit miteinander verbracht haben, in dem Moment, wo Arlin zum ersten Mal zum Wehrwolf geworden ist. Da hat er sie so ein bisschen eingeführt in das Wehrwolf-Sein. Also da gibt es auch eine persönliche Vergangenheit zwischen den beiden. Aber jetzt eben diesen Konflikt und wie du schon sagst, wir hoffen mal, dass da noch ein bisschen mehr dahinter steckt, als Widersacher will, macht. Mal gucken, wo die Geschichte uns noch hinführt. Unterstützung kriegt Arlin oder holt sich Arlin. Holt sie sich. Holt sie sich von der Gatewatch. Wir erinnern uns, die Gatewatch ist immer da zu finden, wo Probleme auf bestimmten Welten zu finden sind. Meistens auch durch Planeswalker geschaffen. Aber die aktuelle Gatewatch, die zur Hilfe eilt und auf Rafnika gefunden wird von Arlin, sind in dem Fall Teferi, Chandra und Kaya, die mit ihr zurückreisen nach Innistrad, um den Auftrag der Heckenhexen durchzuführen und den Mondsilberschlüssel zu finden, mit dem dann der Celestus in Gang gesetzt werden kann. Genau. Um das Auto zu starten, brauchen sie noch einen Schlüssel. Genau. Und dann geht die Reise los, wenn man so will. Die kämpfen dann Seite an Seite. Noch dabei ist Adeline, eine Katarerin, die auch noch ein paar Leute im Gefolge hat. Eine klassische Heroin, eine weiße Kreatur, die hoch zu Rosses sich schwingt und mit denen in den Kampf zieht. Die auch so ein, wo sich so ein kleines Techtelmechtel mit Chandra anbahnt. Und die ziehen eben los, diesen Schlüssel zu finden. Ich kürze das hier mal ab. Die ziehen nach Traben und finden dort Warren Betzold, der mittlerweile zum Zombie geworden ist. Da gibt es noch so einen Haufen von Lilianas Zombies, die dort noch immer rumirren. Die hat sie quasi nicht mehr mitgenommen, nicht wieder mitgenommen, nachdem sie zuletzt dagelassen hatte. Der kriegt aber als Zombie nicht mehr viel mehr raus als den Namen Denik. Und so ziehen sie weiter nach Gaveney zu Denik Betzold. Das ist nämlich sein Sohn. Der hat es leider nicht geschafft, muss ich sagen. Der zieht nämlich in einer Geistervilla als Geist rum. Kaya kommt dann zum Einsatz als Geisterjägerin, sage ich jetzt mal. Sie finden Denik und der sagt, hey, mein Großvater hat diesen Schlüssel gemacht und den hat er aber Sorin gegeben. Sorin! Und so müssen sie weiter zu Sorin in die Markov-Villa. Und dort gibt es dann einen Kampf zwischen Arlin, den sie droht zu verlieren, bis ihr Sigarda zur Rettung eilt. Sigarda, in welchem Verhältnis steht die zu Avacyn? Auf jeden Fall eine ihrer Engel gewesen, einer von Avacyns Engel gewesen und Beschützerin von Innistrad. Ich glaube sogar Schwester, wenn man noch mal tief reinbohrt. Aber sie hat jetzt quasi die Rolle übernommen, die Avacyn hatte, die Menschen zu beschützen. Und es ist eine schwere Aufgabe und da hat sie auch viel, viel Last zu tragen. Aber taucht jetzt hier auf und hilft Arlin im Kampf, auf jeden Fall. Und, so viel wissen wir, sie finden den Schlüssel bei Sorin und was dann passiert, bleibt abzuwarten. Wir werden die nächsten Storys lesen und sicherlich mal als kleine Vorspeise in einer der nächsten Episoden nochmal kurz zusammenfassen. Aber das ist es, was wir soweit jetzt wissen. Und kurze Frage an dich, Martin. Holt dich das ab? Nimmt dich das mit? Bringt dich das irgendwo hin? Also es holt mich auf jeden Fall mehr ab als die Geschichte in Strixhaven, muss ich jetzt schon sagen, weil es schön atmosphärisch geschrieben ist. Schön ruhig auch am Anfang, wo Arlin beschrieben wird. Also man kommt schön rein. Es ist nicht so, hey, wir werfen uns kurze One-Liner entgegen und dann kommen auch schon die Magie-Sprüche geflogen. Sondern es wird schön entwickelt, die Geschichte. Ich finde auch, man kann auf den Story-Spotlight-Karten auch schon mal so ein bisschen gucken, wo es vielleicht noch hingeht. Also anscheinend stürmen die Werwölfe dann noch das Festival oder das Erntedankfest, wo dann eben dieses Ritual durchgeführt werden soll. Wie es dann ausgeht, wissen wir noch nicht so richtig. Dann verteidigen, dann wird noch der Celestus verteidigt. Also da gibt es, glaube ich, schon noch ein großes Aufeinandertreffen zwischen Werwölfen und Heckenhexen-Menschen. Ja, also ich finde die Geschichte jetzt ist jetzt nicht, dass man schon wieder so eine Größe spürt wie in dem Bolas-Arc, wo man dann irgendwie merkt, ah, alles hat irgendwie einen Einfluss auf alles. Aber ich glaube für die Welt ist es, also hätte schlechter laufen können, würde ich mal sagen. Ich war am Anfang ein bisschen überrascht. Ich fand das ganz interessant geschrieben, diese ganzen Zeitsprünge, die nicht erklärt werden. Und jetzt sind wir im Jahre sowieso zu dieser Tageszeit an diesem Ort und das und das passiert, sondern man muss die ganze Zeit entschlüsseln, wo befinde ich mich denn jetzt in diesem Absatz? Man kriegt aber immer wieder Hinweise, um sich zurechtzufinden und das fand ich spannend, das hat mich total überrascht. Das liegt, glaube ich, auch daran, dass wir eben nicht das erste Mal auf Instrat sind, sondern die Geschichte quasi aufbauen kann auf das Vorwissen, was es bereits gibt und jetzt nicht wieder alles etablieren muss. Das tut, glaube ich, der Geschichte ganz gut und das gibt Raum, um eben ein bisschen tiefer zu gehen in den Charakter von Arlen und in diesen durchaus spannenden Anfang. Das nimmt dann meines Erachtens einen ziemlichen Bruch mit dem Auftreten der Gatewatch. Plötzlich wird es geradlinig erzählt mit und jetzt passiert das und jetzt passiert das und dann passiert das und dann gehen wir da hin, dann gehen wir da hin und es fliegen die One-Liner. Klar, es nimmt dann einfach, es gibt einen Tempowechsel und es wird dann plötzlich versucht, spannend zu sein und irgendwie sich zu verdichten. Das ist sicherlich richtig, aber ich hoffe einfach auch für die letzten beiden Teile, dass es nicht nur das Abhandeln des großen Finales ist, wie es dann plötzlich bei Strixhaven war, wo man dann plötzlich in dem finalen Kampf war und überhaupt nicht mal wusste, was los ist. Sondern, dass wir Arlen nicht aus dem Blick verlieren und plötzlich die Hauptcharaktere die Gatewatch sind. Denn ich frage mich auch, also die Gatewatch hätte es hier nicht gebraucht für die Geschichte, sondern das ist wiederum etwas, um die Gatewatch wahrscheinlich zu aktivieren aus setübergreifenden Gedanken. Vermute ich jetzt einfach mal, um vielleicht auch Gesichter reinzubringen, die man noch mehr kennt als Arlen und noch mehr Identifikationsfiguren reinzubringen. Für die Story selbst hätte es, glaube ich, nicht gebraucht, um die zu erzählen, es ist ganz nett und ich bin gespannt, was noch kommt. Aber bis zu dem Auftreten fand ich es noch spannender. Kann ich dir zustimmen. Ich finde ja auch immer diese Diskrepanz schwierig, dass das total interessante Welten sind, an sich schon, die Magic besucht. Und man zittert eigentlich immer für die Bewohnerinnen und Bewohner dieser Welten, dass möglichst wenig Planeswalker oder die Gatewatch vorbeikommt. Weil die bringen die Probleme mit und dann müssen sie auch noch extra Planeswalker holen und die Probleme dann wieder lösen. Also ich meine, Innistrad wäre auch so schon eine faszinierende Welt gewesen. Vielleicht auch tatsächlich nur mit den Planeswalkern, die auf dieser Welt leben. Und wie du schon sagst, diese Gatewatch, die dann immer überall reinkommt und alles gefühlt noch schlimmer und komplizierter macht, als es eh schon ist, ist schwierig. Also ich finde auch, dieser Konflikt zwischen Arlin und Sörin, dann, sag ich auch schon Sörin, Sörin in dem Fall, wäre natürlich auch interessant gewesen. Wir gucken mal, wohin sie es entwickelt. Ja, wir haben keinen Sörin Planeswalker in diesem Set. Wir haben keinen Standort Planeswalker. Und ich glaube, es könnte daran liegen, wir wissen ja schon, dass Sörin womöglich, dass Sörin eine Hauptrolle im kommenden Set Grimmsenwau spielen wird. Da würde es mit Sicherheit einen Sörin Planeswalker geben, sonst würden wir den hier sehen. Würde ja meines Erachtens absolut Sinn machen, denn der ist ja ziemlich beliebt unter den SpielerInnen. So weit top down ist auf jeden Fall, oder? Wir befinden uns hier in einer ziemlich stimmigen Welt und man merkt, dass die Abteilung Research and Design schon geübt hat, auf jeden Fall. Die wissen hier, was los ist. Die kennen den Ton dieser Welt, die wissen, in welchen Farben hier was geschieht, wie man auch so eine Farbe wie Weiß unterbringen kann in einer Welt, die scheinbar nur in schwarz-blau-grünen Tönen erscheint. Ein bisschen aufgesetzt finde ich aktuell noch dieses ganze, diese vielen Teufel, die irgendwie im Set sind. Die weiß nicht genau, wo die herkommen, die sind auch nicht so richtig in der Geschichte verankert bisher. Vielleicht spielen sie einen Teil zu diesem Erntedank fest. Das hat mich ein bisschen gestört, aber ja, Weiß und Rot haben es prinzipiell nicht so leicht hier. Aber trotzdem, die gehen hier total souverän vor. Es ist irgendwie ein ziemlich magic-originärer Plane und wir werden noch sehr, sehr oft hierhin zurückkommen, denke ich mal. Ich habe gerade noch so ein Flashback. Und zwar hätte ich es auch cool gefunden, finde ich, weil du gerade gesagt hast mit den Teufeln. Da ist mir eingefallen, dass es ja diese von mir immer noch heiß geliebte Kurzgeschichte Child of Nameless gab von Brandon Sanderson. Wo Davriel Kane eingeführt wird, ein Planeswalker, also mein Lieblings Planeswalker, der total, den sie total nicht richtig einsetzen, meines Erachtens. Weil er eigentlich eine total coole Figur ist. Der sitzt da widerwillig mit seinen ganzen Teufelspakten, auf Innistrad übrigens. Ach wirklich? Ja, ja, sitzt der. Ist der aktuell da? Der war in der Geschichte da. Ja, und es hätte eigentlich super gepasst, wenn Arlene Cord zu ihm gekommen wäre und er dann erst gar keinen Bock hat, irgendwie ihr zu helfen. Und dann aber widerwillig mit einer geheimen Agenda vielleicht ihr dann doch noch in dem Kampf hilft. Da hätte ich eine spannendere Geschichte gefunden und auch so eine Querverknüpfung wieder mal zu einer alten Geschichte geschaffen. Aber sei es drum, ich finde das auch ein tolles Top-Down-Set, diese ganze Gruselgeschichte, diese ganzen Kreaturen, die sich in andere Kreaturen verwandeln. Und wie du schon gesagt hast, auch die weißen Kreaturen dann sich auch in was verwandeln können. Kommen wir gleich später dazu bei den Mechanismen. Finde ich eigentlich ganz schön gelöst. Ich würde sagen, es ist immer noch ein Top-Down-Set. Ja, ich finde das merkt man vor allem an den Mechanismen, aber wenn man sich die einzelnen Kartentexte durchguckt, auf die Mechanismen gucken wir gleich noch und wie schön die sich verknüpfen, aber schon mal so weit vorweggenommen, wenn man sich viele der Kartentexte anschaut, dann sind die schon, dann passiert da schon sehr, sehr viel Komplexes, nicht sehr nach Top-Down klingende Sachen. Ich habe sehr viele Karten entdeckt, die nicht Top-Down designt wurden, wo vielleicht der Flavortext zum Titel passt und zum Artwork oder so, aber die Mechanismen an sich, die haben sich schon sehr mechanisch angefühlt zum Teil. Klar, das Ding muss in sich funktionieren, aber wenn man die Mechanismen selber anschaut, dann finde ich die halt sehr, sehr gut zum Flavor passend. Gucken wir gleich nochmal. Aber nochmal zum Groben und Ganzen. Der Humor, mir kommt es so vor, als wäre der Humor so ein bisschen angezogen worden. Als hätte vielleicht auch Unstable so einen Langwirkungs-Langzeiteffekt irgendwie auch auf Innistrad gehabt und es gäbe hier ein bisschen mehr, noch ein bisschen mehr Humor, als man es vielleicht bei den anderen Innistrad-Sets gesehen hat. Ich weiß nicht, wie ging es dir denn mit dem Humor? Fandest du, dass so ein paar Schenkelklopfer im positiven oder negativen Sinne für dich dabei waren? Ich fand es ein bisschen zu schenkelklopferig tatsächlich. Ich habe jetzt den Live-Vergleich nicht oder dass ich da mit gespielt hätte mit den alten Innistrad-Sets. Ich habe mir natürlich auch alte Karten angeguckt und ich fand, da war mehr morbider Humor drin. Hier ist es schon so ein bisschen, also das ist schon so ein bisschen mit dem Zaunpfahl nicht nur gewunken, sondern so eins über den Schädel gezogen, um auf Innistrad zu bleiben. Es gibt Glanzlichter, also diese hinterhältige Vertuschung finde ich zum Beispiel ganz großartig, wo die Witwe, die frischgebackene Witwe ihren Mann als Vogelscheuche verkleidet. Das finde ich so ist dieser morbide Humor, der mir gefällt. In unserer Vorbereitung hatte ich ja auch gesagt, verfaulte Vereinigung, wo die American Gothic angelehnte Pärchen an das berühmte Gemälde American Gothic vor der Farm steht. Und unten drunter steht, Onkel und Tante Graufeld hatten gerne Gäste zum Abendessen. Muss ich auch sagen, ja, ich finde man hätte es irgendwie geschickter formulieren können. Mein Vorschlag wäre gewesen, ihre Gastfreundschaft war legendär, keiner verließ ihren Abendbrottisch. Also sowas in der Richtung hätte ich irgendwie schöner gefunden, als so ein bisschen plump den Bezug herzustellen. Aber ja, also ich finde die alten Sets waren stimmungsvoller und so ein bisschen morbider. Ja, ich, ja, was mir auf jeden Fall aufgefallen ist, wie ich schon sagte, da ist irgendwie mehr drin, als bei der Krimi-Geschichte, die zuletzt irgendwie um Emrakul hier sich gesponnen hat. Und was mir als erstes ins Auge gefallen war, war das quakende Gegenstück, Broking Counterpart, ja, wo man eben diesen Frosch auf dieser, auf diesem Kranich, sag ich jetzt mal, oder Graureiher irgendwie reiten sieht. Ja, und dann dachte ich schon, okay, was geht hier ab? Und dann habe ich gesehen, die, ähm, die große Verlockung, ähm, 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 can't stay away, can't stay away, ist eine Hexerei, eine Rare, für, ähm, ein schwarzes, ein weißes Mana. Ja, und, ähm, hat den, hat den Flavortext, der Tod ist kein Grund, aufs Abendessen zu verzichten. Und es geht eben darum, ich bringe eine Kreaturenkarte aus dem Friedhof zurück und, ähm, genau, wenn sie sterben würde, geht es stattdessen ins Exil. Also, es ist so ein klassischer Reanimate-Spell, aber das Artwork ist halt vollkommen verrückt irgendwie, weil da stehen nämlich Katzen um einen, um einen Teller mit, 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 mit Fleisch drumherum. Und man sieht eben eine Geisterkatze, die kommt, die eben mitisst. Und die anderen Katzen gucken so ein bisschen, gucken so ein bisschen verwirrt und, äh, dachte so, was, also, ne, warum Katzen, warum kommt die jetzt zurück, jetzt wo es Essen gibt? Ich musste gleich denken an diese eine schöne Karte aus Modern Horizons 2, mit dem, mit dem Geister Rhenozeros und dem Geister Elefanten darauf und so. Und dann dachte ich, okay, das ist irgendwie witzig, aber das ist auch natürlich morbide, aber halt irgendwie so schräg morbide und das, das mag ich tatsächlich. Und dann gab es den Fleischeintreiber, den Flash-Taker, der, wo halt auf dem Artwork so ein Minotaurus im Feld steht. Und dann dachte ich kurz so, warte mal, der Minotaurus hat Hände und eine, und so eine Hackebeil, so ein Fleischhackbeil in der Hand. Und dann habe ich einen Kreatorntypen gesehen und da steht halt nicht Minotaurus oder irgendwie sowas, sondern Mensch und Assassine. Und das ist halt irgend so ein vollkommen schräger Typ, der halt so ein Minotauren, Kuh, Gnugschädel irgendwie sich über, auf den eigenen Kopf gesetzt hat. Und das ist einfach, das ist so erstmal witzig, aber es ist kein Witz, wo man lacht, wo man dann so erleichtert lacht, nachdem man irgendwie die Pointe erkannt hat, sondern so ein bisschen so einen kleinen Schauer über den Rücken läuft, kleinen oder einen großen. Oder die ungastliche Herberge, die flippen kann und dann so ein kriechenden, animierten Gasthaus irgendwie wird. Das ist witzig, aber das ist auch ganz schön schaurig, meines Erachtens. Irgendwie finde ich es cool und ich mag, dass man hier humorvoll mit dieser Welt umgeht und auch irgendwie den Platz dafür hat. Wenn du dich erinnerst, es gab ja mal diese Karte Klaustrophobia, wo der Typ im Sarg liegt und so mit den Nägeln da oben langkratzt und nicht mehr rauskommt. Das fand ich richtig, das ist eine gruselige Karte. Da ist das verbinde ich mit Innistrad, so dieses Beklemmende. Wenn ich dagegen jetzt dieses Eingesperrt im Friedhof angucke, also überträgt sich mir der Horror nicht so richtig. Dass der da jetzt, der sitzt da und ruft so ein bisschen Hilfe, Hilfe, aber es ist jetzt nicht so eine Todesangst wie der Typ, der da im Sarg eingesperrt ist. Verstehst du? Also es ist so ein bisschen, ist alles so ein bisschen leichter. Aber eindeutig an der Illustration, das stimmt, die Illustration ist leichter, aber man kann auch nicht erkennen, dass man gesagt hat, komm, mach das Set mal ein bisschen leichter oder so. Gerade an solchen Karten wie dem Fleischeintreiber irgendwie. Die finde ich, das ist eine der Stärksten, tatsächlich. Also davon gerne mehr. Hast recht, hast recht. Ist vielleicht auch jetzt das Beispiel, was am stärksten funktioniert. Ja, das funktioniert. Gebe ich dir absolut recht. Der Ton gefällt mir. Und auch mit der Witwe, wie gesagt, mit der Vogelscheue hier, das ist so die Richtung, die finde ich gut. Aber ist jetzt nichts, was mich davon abhält, das Set als gruseliges Set zu betrachten. Ich finde die Verschiebung ist bemerkbar. Also unterm Strich können wir sagen, wir mögen den Fleischeintreiber und hätten gern noch mehr Karten mit dieser schrägen, so krass morbiden Form des Humors irgendwie gesehen. Da würde ich mitgehen. Vielleicht finden wir aber auch diesmal so viel Humor, weil wir einfach ein bisschen mehr Platz haben, meinte ich gerade schon. Es bleibt halt nicht das einzige Innistrat-Set und wir müssen nicht so wahnsinnig verdichtet erzählen. Vielleicht tut das dem Set sogar ganz gut, dass wir zweimal hier sind, gleich hintereinander. Und einfach ein bisschen mehr Platz haben, jetzt für das Werwolf-Thema und dann später vielleicht für das Vampir-Thema und jetzt nicht alles drin haben müssen. Ja, aber ich finde, wir haben tatsächlich wenig Zeit für Innistrat, weil, wie du schon gesagt hast, zwei Sets erscheinen werden, aber in der gleichen Zeit, wie sonst ein Set erscheint. Also jetzt kommt ja schon nach anderthalb Monaten, kommt ja dann schon Crimson Wow raus. Und dann ist es aber auch nicht mehr lang bis zum Frühjahrsset, wo wir dann ja schon nach Kamigawa reisen. Und ich finde, sie haben ja so ein bisschen die Chance vertan, Wizards ihr eigenes Modell auszureizen, wo sie gesagt haben, wenn ein Set mehr Zeit auf einer, oder wenn eine Plane mehr Zeit erfordert, können wir auch zwei aufeinanderfolgende Sets auf der Plane spielen lassen. Dass sie das jetzt so lösen, dass sie einfach in der gleichen Zeit, wo ein Set erscheint, zwei erscheinen lassen, finde ich ein bisschen schade. Also ich hätte mir auch gedacht, das Frühjahrsset hätte durchaus auch nochmal Innistrat sein können und dann eben Crimson Wow. Du meinst quasi die Zeit, die wir als Menschen haben, um überhaupt in dieses Set einzusteigen, die ganze Story, den Flavor mitzunehmen und dann auch noch irgendwie spielen zu können, das ausreichend. Und dafür reicht unsere Zeit nicht, meinst du? Deswegen kommt das dann am Ende eh alles zu kurz und diese ganzen kleinen Details, da hat quasi keiner Zeit dafür, die überhaupt zu lesen. Genau, sowohl flavormäßig als auch spielmäßig, dass man da irgendwie so reinkommt und sich dann so diese kleinen Feinheiten entdeckt, die dann vielleicht doch irgendwie noch drin versteckt sind, was vielleicht auch dem Flavor wieder zugutekommt. Und dass man dann, ja, so ein bisschen nachspürt und sich dann vielleicht doch nochmal in die dunklen Geheimnisse des Sets reinwagt. So viel Zeit hat man dann gar nicht, weil dann schon das nächste Set wieder da ist, was dann auch auf dieser Welt spielt und ähnlich wenig Zeit haben wird. Es fühlt sich für mich nicht wie zwei halbe Sets an, ehrlich gesagt, sondern gerade dieses Set, also vielleicht ist das zweite, was noch kommt, Crimson Wow, ziemlich klein. Aber das fühlt sich wie ein großes Herbstset an, wie ein ganz normales großes Herbstset. Und das ist Wahnsinn. Haben sie dann quasi noch ein zweites oder noch ein, das wäre ja quasi ein fünftes vollständiges Standard-Set sozusagen noch mit reingesneakt in dieses Jahr? Also egal, wie sie es gelöst haben, ich glaube, es ist für mich unbefriedigend, weil wenn jetzt tatsächlich nochmal genauso viele neue Karten kommen in Crimson Wow, ist eben das Problem, was ich gerade beschrieben habe, dann ist zu wenig Zeit. Wenn jetzt aber sich Karten wiederholen, einfach nur noch mehr Vampire drin sind, fragt man sich auch, okay, was ist der Zweck dahinter? Also von dem Flavor-Gesichtspunkt finde ich es halt schade, dass man halt so wenig Zeit da verbringen kann und da drauf schauen kann. Ja, da geht es mir anders. Ich meine, wir beide, gut, wir beide beschäftigen uns ja eh viel und intensiv mit dem ganzen Ding und werden dann sicherlich nicht an den Punkt kommen, wo wir sagen, hey, wir haben uns jetzt noch gar nicht mit Mitternachtsjagd befasst, jetzt kommt schon das nächste Set. Für uns ist es so, ja, wir kriegen permanent neues Futter, nicht nur für den Podcast, da stört es mich vielleicht auch eher, dass wir die ganze Zeit Set-Reviews machen, sondern eher so aus Fansicht, wir kriegen die ganze Zeit neues Futter, neue Storys, neue Welten und sind irgendwie, bleiben die ganze Zeit auf Innestrad, aber kommen so aus der Preview-Season nicht mehr raus. Das ist ja auch irgendwie schön, ne? Macht ja auch irgendwie Spaß und ist so wie jeden Tag Geschenke aufmachen. Und irgendwie finde ich das cool, so haben wir doch mehr Zeit für, also, ja, das ist wieder dieses Zeit-Ding, ne? Wir haben mehr Platz, more Design Space, wie Mark Rosewater sagen würde. Also mehr Karten, mit denen wir kleine Geschichten erzählen können, mehr Karten, die wir spielen können, aus denen wir aussuchen können, welche wir davon als Singles für unser Commander-Decks kaufen oder was auch immer. Ich finde es ganz cool, aber du hast schon recht, wenn es unter irgendwelchen Umständen, das kann man jetzt nicht sehen, die Qualität insgesamt leidet, weil einfach Research & Design total zugeknallt wird mit Arbeit, dann ist es doof. Dann will ich lieber ein mega krass gutes Set haben, was einmal im Jahr rauskommt, wo ich mich das ganze Jahr drauf freuen kann, als irgendwie fünf Sets plus vier Bonus-Sets, ähm, wo ich dann das Gefühl hab, okay, hier wurde komplett gerusht und, ähm, ich kann jetzt wirklich nur noch auf die Artworks schauen und nicht mehr darauf, wie gut sich das Zeug spielen lässt oder so beispielsweise. Ein letzter Gedanke noch, bevor wir gleich zu den Mechanismen kommen und da auch nochmal den Flavor-Blick drauf werfen, ähm, wenn du dich erinnerst, also wo wir Commander Legends besprochen haben, da haben wir ja geschwärmt davon, wie viele tolle neue legendäre Kreaturen es gibt und, äh, die Schildkröte und der Hase, ne, und was man damit alles bauen könnte. Und du sagst, natürlich hat man jetzt viel mehr Möglichkeiten zum Aussuchen, aber ich hab auch oft das Gefühl, man ist ständig tatsächlich nur am Aussuchen und wenig am Spielen. Das ist so, du hast da irgendwie drei Karten liegen und sagst, damit würde ich jetzt was bauen. Dann kommt Wissertz und sagt, warte mal, warte mal, warte mal, ich leg mal noch zwei dazu. Dann sagst du, ja, okay, ich würde trotzdem die erste, die würde ich gern bauen. Und dann sagen sie, ja, okay, aber warte mal, warte mal, warte mal, ich hab noch mal drei neue. Jetzt guck dir noch mal alle neuen. Das ist ein bisschen wie, ähm, geh aufs Ganze. Ja, du kommst quasi gar nicht zu. Ich nehm den Umschlag oder den blauen. Und du bist halt ständig am Auswählen. Oder Tor zwei. Genau. Und, äh, ja, das. Oder 300 Mark und du bist raus. Aber du bist nie raus. Das Spiel endet nie quasi. Du, du hast quasi immer nur diese, es kommen immer mehr Tore dazu. Und du sagst, ist mir scheißegal, ich nehm auch den mittleren Preis. Ich will nur endlich mit diesem Preis nach Hause gehen und was damit machen. Und dann kommt Jörg Träger und sagt. Wissertz ist wie Jörg Träger. Jörg Träger und sagt, hier hab ich noch mal fünf Tore, äh, plötzlich gefunden. Naja. Ja. Gut. Lass uns zu den Mechanismen kommen und mal gucken, wie die flavormäßig abschneiden. Genau. Wir belassen es mal als Fragestellung, die wir dann, nachdem Crimson Vau rausgekommen ist und sich das Jahr zum Ende neigt, ähm, nochmal, nochmal angehen werden und versuchen werden zu beantworten. So, die Mechanismen. Ähm, ich hab einen tollen Artikel gefunden in TV Movie, haben wir lange nicht drüber gesprochen über die TV Movie, wenn du dich erinnerst. Geil, wirklich. Ja, ich hab nachgelesen, die erklären das richtig gut. Du bist ja jetzt heuer Leser geworden. Ich hab, ich hab, ich hab mal tatsächlich ein bisschen nachdurchgelesen und ich finde die Erklärung bei TV Movie besser als die auf der Magic-Seite. Also entscheidend. Ich bin ganz gespannt. Ja, die sind einfach gut erklärt, die Mechanismen. Das ist alles richtig, was da steht und in, in deutlich weniger Text und mit deutlich weniger lustigen, ähm, also ich, ich, bei diesen, bei diesen Magic-Mechanismen-Vorstellungen, die wollen immer so erzwungen lustig sein und, und scheitern. Und bei TV Movie, ich lese mal, genau, ich lese mal ganz kurz vor. Hat man, neigt manchmal dazu. Schieß los. Ähm, also Decay, ähm, also nur als Beispiel. Natürlich dürfen Zombies... Decay, Verwesung, Verwesung, ne? Genau. Gleich einen deutschen Begriff dazu, denn ich finde die deutsche Übersetzung dieser Mechanismen ganz, ganz großartig. Schreibt TV Movie, natürlich dürfen Zombies bei einem Horrorset nicht fehlen. Mit Verwesung bleiben sie allerdings nicht lange auf dem Feld. Ein Zombie mit Verwesung kann nämlich nicht blocken und wird sofort geopfert, wenn er angegriffen hat. Zack, drei Zeilen, perfekt. Finde ich gut. Und so sind die anderen Mechanismen da auch beschrieben. Also, äh, lest euch das gerne durch. Ich bin positiv beeindruckt. Und, äh, schönen Gruß an Matthias Holm, der offensichtlich der, der Magic-Experte von TV Movie ist. Ich finde, der macht einen guten Job. Cool. Was haben wir denn noch? Was begegnet uns noch? Decay, Verwesung? Cool. Ich mag das, ne? Mark Grosswater hat ja in seinen Teasern anfänglich, äh, angekündigt, äh, was es noch gibt gleich, ich will noch einen Satz zu Verwesung sagen. Mark Grosswater hat ja zum Anfang angekündigt, quasi, es gibt einen neuen Weg, sozusagen, preiswerter, in Anführungsstrichen, äh, Tokens ins Spiel zu bringen. Oder, oder Tokens mit einem, mit einem Drawback, mit einem kleinen Nachteil. Deswegen kann man irgendwie freier mit diesen Tokens umgehen, ne? Dass sie eben nicht blocken können und nur einmal angreifen können und so weiter. Und das finde ich, ähm, äh, das finde ich total spannend, spielerisch total spannend. Und für mich als, äh, Zombie-Tokensammler umso spannender, dass es wieder einen neuen Zombie-Token gibt, sogar mit einer neuen, brandneuen, äh, Fähigkeit. Ich finde den Mechanismus auch spannend, ich finde, es ist kein Zombie-Mechanismus und ich finde, die Argumentation von Mark Grosswater geht nicht auf. Er sagt nämlich, das Ziel war hier mit den, äh, Verwesungs-Zombies, dass man die halt sammelt und dann für einen großen Angriff kommt quasi die Zombie-Welle und, ähm, und, und spült quasi alles weg und, äh, siegt. Ich finde, das spielt sich tatsächlich nicht so. Ich habe jetzt ein Sealed gespielt, äh, haben wir zusammengespielt, die haben auch einen Draft gespielt und es spielt sich irgendwie komisch. Also, ich habe nicht das Gefühl, dass ich meine Zombie-Armee aufbaue, weil, ah, die Zombie-Armee kann nicht blocken, da kommt einfach jeder vorbei und wenn sie angreift, rennt die Zombie-Armee gegen meine Mauer, die ich habe, und stirbt. Also, die klettert nicht über die Mauer, die, die greift dann nicht nochmal an und dann kommen neue Zombies hinterher, sondern. Es sind immer noch Zombies. Ja, aber die, äh, die, die Masse ist dann auf einmal weg, also. Ja. Ich habe ja geschrieben, also, die spielen sich eher tatsächlich wie, wie, äh, Speise, äh, wie Speise-Zombies. Das heißt, die liegen einfach rum und warten darauf, dass sie geopfert werden für einen Bonus-Effekt. Mhm. Ja. Eher so Zombie-Arbeiter oder Zombie-Drohnen, die man irgendwo hinschickt und die irgendwas machen. So Rohmaterial. So Rohmaterial. Aber es ist nicht die Zombie-Welle. Also, es spielt sich interessant. Ich finde nur die Verknüpfung mit, ähm, der Zombie-Horde schwierig. Da hat sich, äh, da hat sich... Dafür habe ich noch nicht genug gespielt. Das würde ich gerne mal so in die Runde werfen. Habt ihr irgendwie coole, coole Gameplay-Moves, äh, gehabt, wo ihr, wo ihr irgendwie, ähm, flavormäßig, ähm, ja, schön diese Decade, diese Zombies mit Verwesung ins Spiel bringen konnten? Vielleicht gab, gibt es ja auch vielleicht irgendeine Rare, die ich gerade nicht auf dem Schirm habe, die dafür sorgt, dass eben möglichst viele von diesen Zombies mit Verwesung ins Spiel kommen, mit denen das dann vielleicht möglich ist. Aber, ja, in diesen Spielen, die wir hatten, hast du recht, hat sich das überhaupt nicht so angefühlt. Sondern da hatte man wirklich eher das Ding, das Gefühl, dass, das ist ein Tool, was hier reinkommt. Aber war spannend, denn es ist so, es ist so geil, entweder ich kann sie opfern oder ich greife halt einfach damit an. Die nehmen mir ein paar Spielentscheidungen ab, in denen sie eben gewisse Sachen nicht können. Wie zum Beispiel blocken. Äh, als Zombie-Kenner, wie fandest du Aufmarsch bei, ähm, War of the Spark? Super spannend, aber ich fand sie viel spannender wegen dem Mechanismus. Ich fand das total geil, die Kombination von, ähm, von Token und Counter, plus eins, plus eins Counter quasi. Fand ich auch. Die dann flavormäßig eine Geschichte erzählt, aber da hat mich der Mechanismus so sehr angesprungen, dass ich den fast noch besser fand, als die Story, die dahinter kam. Also, ja, fand ich ziemlich gut gelungen. Okay, jetzt sind wir mit Verwesung eingestiegen, aber der große, der große Punkt natürlich in Innistrad ist halt der Unterschied zwischen Tag und Nacht. Und, äh, es gibt einen neuen Mechanismus, der einen alten Mechanismus wieder aufgreift und versucht, äh, in ordentliche Regelbahnen zu zwängen. Äh, Daybound, Nightbound, äh, gibt es tagaktiv und nachtaktiv. Sagt im Prinzip, ähm, wenn die Kreatur in der Regel mit tagaktiv das erste Mal ins Spiel kommt, dann ist es Tag und ab da verfolgt das Spiel, wann Tag und Nacht ist. Und es wird Nacht, wenn in einem Spruch, äh, in einem Zug des aktiven Spielers kein Zauberspruch gewirkt wurde. Also, wenn im Zug des aktiven Spielers kein Zauberspruch gewirkt wurde, wird es Nacht. Und wenn im Zug des aktiven Spielers zwei Zaubersprüche gewirkt wurden, wird es Tag. Und, ähm, das passiert unabhängig davon, ähm, wer dran ist. Also, unabhängig davon, also, es gilt für beide Spielerinnen gleichzeitig. Also, nicht jeder verfolgt seinen Tag- und Nachtrhythmus getrennt, sondern es gilt für beide. Und es greift eben diesen Mechanismus wieder auf, den die ursprünglichen Wehrwölfe hatten in Innistrad, hegt den jetzt aber so weit ein, dass das Spiel konstant verfolgt, wann Tag und Nacht ist. Und da eben Kreaturen auf der einen oder anderen Seite ins Spiel kommen oder auch auf die eine oder andere Seite gedreht werden, je nachdem, ob Tag oder Nacht ist. Ein Mechanismus, den ich für Papier ein bisschen schwieriger finde, denn wenn du es digital spielst, dann weiß das Spiel ganz genau, hast du jetzt zwei Spels gespielt oder nicht und es wird niemals vergessen. Wenn du es im Papierspiel mal vergisst, dann kann das Folgen haben mitunter, denn das wird auch getrackt, wenn überhaupt keine Kreaturen im Spiel sind, die tagaktiv oder nachtaktiv sind. Und dann muss man zum Teil wissen, ähm, ja, ob es eben Tag oder Nacht ist, wenn jetzt meine Kreatur ins Spiel kommt und vielleicht davon beeinflusst würde. Ich habe ja gerade schon festgestellt, ich habe Schwierigkeiten gehabt, das gerade zu erklären, weil ich durcheinander gekommen bin. Ich finde es auch verwirrend, für mich zu merken, flavormäßig. Für mich wäre ja gewesen, wenn ich zwei Zaubersprüche gemacht habe und also viel gearbeitet habe, dann wird es Nacht. Und wenn ich nichts gemacht habe, dann wird es Tag. Ist aber genau andersrum. Hier passiert ja in der Nacht auch ein bisschen mehr. Die Nächte werden länger, das ist ja auch einfach so der Nachtaktiv. Es ist schon, passt schon auf jeden Fall zum Flavor von Innistrad. Ich finde es ziemlich cool. Natürlich hier bitte, also ich fände es geil, bitte erathart doch die ganzen alten Wehrwölfe, dass sie auch mit Tag und Nacht funktionieren. Ich finde es eine mega coole Idee. Und ich meine, Mark Rosewater in seinem Podcast mal gehört zu haben dazu, dass das die ursprüngliche Idee war. Ich glaube, da hat sogar Richard Garfield ein bisschen mit drin rumgerührt, dass man das mal macht, dass man eben Tag und Nacht trackt in irgendeiner Form und dadurch dann eben die Kreaturen flippen in ihre Nacht- oder Tagseite eben. Und es hat mich überrascht, dass das jetzt so wieder aufgegriffen wurde und funktional gemacht wurde. Und ich glaube, und darüber streitet man sich ja, ob das überhaupt geht. Wahrscheinlich wird es niemals funktionieren, aber ich fände es cool, die alten Wehrwölfe auch damit funktional zu machen. Und ich bin sogar fast dazu geneigt, ein Deck zu machen und euch meine Playgroup zu fragen, hey, ist es cool, wenn ich einfach meine Wehrwölfe genau so spiele? Weil so fände ich es cool. Ja, und auch weniger kopfzerbrechend. Und weniger kopfzerbrechend, ja, genau. Dazu kommen wir gleich noch. Was haben wir denn noch, wo Karten irgendwie flippen? Ja, Entschuldigung. Ich wollte noch eine Sache sagen. Und zwar hätte ich auch flavormäßig schön gefunden, wenn das Spiel ein bisschen mehr zur Nacht hingezogen hätte. Also wenn die Spieler vielleicht auch so ein Interesse daran gehabt hätten, zu verhindern, dass es Nacht wird. Also einerseits wären natürlich die Kreaturen stärker nachts. Aber ich erinnere mich auch noch an Amon Cat, wo halt viel mit Minus-Eins-Minus-Eins-Countern gearbeitet wurde und ja, das Spiel sich so beschwerlich angefühlt hat, weil man halt immer ständig im Kampf war. Und so ein Mechanismus hätte ich auch schön gefunden, dass man eigentlich, ja, will, dass die eigenen Kreaturen nachts stärker sind, aber sich auch so ein bisschen davor scheut, weil dann irgendwie alle Menschen Minus-Eins-Minus-Eins kriegen. Keine Ahnung. Das hätte ich schön gefunden, weil man sich halt doch vor der Nacht dann fürchtet, auch in der Geschichte. Das geht mir jetzt aber so genau, weil du sagtest, dass die Nachtseite meistens stärker und schlimmer und schrecklicher ist, habe ich das Gefühl, immer wenn so ein Ding im Spiel ist, was jetzt ja nicht unbedingt als Kreaturen-Spiel kommen muss, sondern vielleicht auch als Enchantment reinkommt oder eben irgendeine andere Karte und dann ist auf der Rückseite oftmals eine extrem starke Kreatur oder ein Fluch oder was auch immer und man hat schon das Gefühl, bitte lass es jetzt nicht Nacht werden. Das ist nicht gut für mich. Okay. Das ist geil und ich habe es ja schon vorweggenommen. Ich finde die Mechanismen alle ziemlich cool. Auch ziemlich cool finde ich eben Disturb, aufstören. Ein Wort, was es gibt, was in Du steht und was nicht gerade landläufig ist, aber wer sagt, dass Keywords in irgendeiner Form Teil des täglichen Sprachgebrauchs sein müssen. Also aufstören, Disturb macht im Grunde folgendes, eine Kreatur, die Disturb hat, die kann ja durchaus mal im Friedhof landen und wenn sie im Friedhof ist, kann ich sie für ihre Disturb-Kosten wirken und quasi mit der Rückseite ins Spiel bringen. Und da sind dann viele schöne kleine Geschichten darauf erklärt. Auf der Vorderseite sieht man den Menschen, der auf Innistrad gelebt hat, als es noch Tag war und auf der Rückseite sieht man dann die Nachtseite dieses Menschen, wie als Geist, als Zombie, als Kreatur der Nacht durch die Welt von Innistrad wandelt. Und das ist cool, gerade bei Denik, den ich beispielsweise vorhin angesprochen hatte, in der Geschichte sieht man ihn eben auf der Vorderseite in so einem warmen, lichtdurchfluteten Gaveney stehen und auf der Rückseite sieht man ihn eben in seiner Geistform an der gleichen Gasse, die nun aber zerstört ist und nur noch von silbernem Mondlicht beschieden ist. Ich finde das sehr, sehr flavorful. Ich finde das genial gelöst, weil jetzt endlich auch, also die Disturb oder die Aufstören-Karten finden ja hauptsächlich in weiß und blau statt und die haben jetzt quasi auch so eine Art Werwolf-Seite, in dem sie halt zu oftmals gutartigen Geistern werden, die dann spezielle Fähigkeiten haben oder auch ein bisschen stärker sind. Aber ich finde, das löst dieses Problem ganz schön, dass die Menschen eigentlich so ein bisschen langweilig waren in Innistrad, sondern man eigentlich immer die coolen Werwölfe und die coolen Vampire spielen wollte. Und ja auf einmal haben die Menschen. Das sind Leute, die mit dir streiten würden darum. Aber jetzt haben die Menschen eben auch was, in das sie sich verwandeln können, wenn sie gestorben sind. Und das finde ich eigentlich schön gelöst und dass es eben auch so eine, oftmals so positive Geschichten sind, die erzählt werden. Das finde ich ganz witzig. Diese ganzen Werwölfe und dieses Aufstürmen und dieses Tag-Nacht-Aktiv plus die ganzen Karten, die auch noch doppelseitig sind, aber eben ganz eigene Regeln haben, wann sie flippen. Es überfordert mich ein bisschen. Tasty MTG ist ein Casual Podcast und ich weiß auch jedes Mal, wenn ein neues Set rauskommt, warum das einer ist, weil ich mich wie ein blutiger Anfänger fühle, der ich dann auch immer bin, wenn ich diese ganzen Karten sehe und überhaupt keinen Überblick mehr habe oder nach dem Überblick suche, irgendwie zu begreifen, was passiert hier gerade. Da fühle ich mich schon im einfachsten Sealed oder Limited Spiel wie in einer riesigen vierköpfigen Commander-Runde, wo ich nicht mehr weiß, was los ist, jetzt kommt Tag, dann kommt Nacht, dann flippt das hier, warte mal, ich habe ja noch was im Friedhof, dann kommt das mit der Rückseite rein, warte mal, muss ich mal kurz umdrehen, kann ich das nochmal umdrehen, kann ich das nochmal umdrehen? Das hat mich ein bisschen überfordert und ich glaube auch deswegen ist das Pre-Release zu spielen eine der besten Gelegenheiten, denn dann sind gefühlt alle irgendwie Anfänger und ich glaube ein bisschen wird sich das relativieren für mich im Laufe des Spielens, dass ich mehr Überblick bekomme, aber ich bin schon, also geht es dir nicht auch so? Bist du auch ein bisschen überfordert, ein bisschen aufgestört von den ganzen doppelseitigen Karten und wann welche flippt? Eigentlich nicht, ich habe sogar noch Mental Space übrig, um die Power und Toughness von drei verschiedenen Kreaturen zu verfolgen. Warum bräuchtest du sowas? Ja, es gibt nämlich noch eine Mechanik, also ich antworte ja gleich auf deine Frage, ich wollte nur noch kurz diesen Mechanismus auch noch vorstellen, es gibt nämlich noch den schönen Mechanismus Coven im deutschen Hexenzirkel, auch schön übersetzt. Ja, kann man sagen, ja, sage ich aber später noch was dazu. Und Hexenzirkel guckt einfach danach zu einem Zeitpunkt, wo entweder der Spruch gewirkt wird, der Hexenzirkel hat oder die Kreatur im Spiel ist, wird an bestimmten Punkten des Spiels überprüft, ob ein Hexenzirkel besteht. Und Hexenzirkel besteht dann, wenn drei Kreaturen mit unterschiedlichen Stärken im Spiel sind. Und zwar wird das einmal geprüft, wenn der Spell auf den Stack geht oder die Fähigkeit und einmal, wenn sie auslöst. Also wenn sich zwischendurch, wenn zwischendurch eine Kreatur stirbt oder eine Kreatur auf einmal genauso viel Stärke hat wie die Kreatur neben ihr, dann ist der Hexenzirkel zerstört. Und wenn der aber besteht und der Spruch ausgelöst wird, dann machen die drei Mitglieder des Hexenzirkels Magie und Dinge passieren. Ich finde, für die ganze Zeit… Verstärken den Spell sozusagen, verstärken den Spell einfach. Oder schaffen ihn überhaupt erst. Also es gibt zum Beispiel auch die Fähigkeit, wenn ein Hexenzirkel besteht, dann kann die Kreatur nicht geblockt werden. Und ich finde, es ist ganz schön viel Arbeit für den Effekt. Also du musst dir vorstellen, da stehen dann drei Mitglieder des Hexenzirkels, beschwören ihre Magie, strengen sich an, verbinden, reichen sich die Hände und am Schluss sagen sie, okay und du kommst jetzt durch die gegnerischen Reihen und wir bleiben hier zurück. Also ich finde den Effekt so ein bisschen, also da verpufft so ein bisschen für die ganze Arbeit, die man da leisten muss. Erneut, das ist ein Design für digital. Digital kann man immer sehen, ob drei Kreaturen unterschiedliche Stärke haben, also ob im Spiel sind, die unterschiedliche Stärke haben. Ich würde es im Papier, glaube ich, ständig vergessen oder es ist wesentlich schwerer zu tracken und das, ich muss kurz sagen, das nervt mich ein bisschen, dass so extrem auf Arena gegangen wird. Klar, es ist super wichtig, bla 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 bla. Ja, für mich persönlich, ich bin Kartenspieler, ich liebe das, diese Teile in der Hand zu halten und ich will auch die Designs irgendwie für Papier, ich will Designs für Papier, Punkt. Und Hexenzirkel hat mich auch im Digitalen schon allein total überfordert, weil man muss es ja kommen sehen, man muss es vorab schon wissen. Das kann dir das Digitale dann wiederum nicht sagen, ob du kurz davor bist, den Hexenzirkel zu erreichen oder potenziell Karten auf der Hand hast, mit denen du es erreichen kannst oder was auch immer. Das ist nämlich nicht der Fall und deswegen, genau, die doppelseitigen Karten verwirren mich und füllen meinen Mental Space aus und dann kommt das noch. Ich bin hier ganz schön, ganz schön überfordert. Und jetzt überleg mal, du spielst Standard und hast dann irgendwie noch aus Adventure of the Forgotten Realms, hast du dann Rudeltaktik oder dann gucken musst, ob insgesamt Stärke 6 erreicht wird, dann triggert noch dein Hexenzirkel und dann kannst du vielleicht noch Party-Mechanismus. Party-Mechanismus. Dann musst du noch auf die Kreaturentypen achten. Und dann bringst du noch einen Spirit aus dem Friedhof zurück mit dem Lorehold College aus Strixhaven. Ja, na gut, Standard, dann hast du irgendwie dein Meta und weißt ungefähr, was dich erwartet und ich glaube nicht, dass die Leute alles Mögliche durcheinander spielen werden von diesen Mechanismen so, aber es klingt erstmal nach einem Chaos-Draft, was du da beschreibst, der sehr anspruchsvoll werden könnte. Ich würde ja sagen, es ist halt gerade ein sehr komplexes Standard-Setting oder es sind gerade sehr viele Sets, wo man sehr viele Zahlen im Blick behalten muss und Stati des Spiels. Einen letzten Mechanismus haben wir noch, der ist wiederkehrend, der heißt Rückblende. Flashback! Flashback! Damit man noch mehr aus dem Friedhof spielen kann, kann man da auch hauptsächlich Spells, also Zaubersprüche, aber auch hauptsächlich Zaubersprüche, oder? Gibt auch, jetzt sagt ihr, verwirr mich noch, ich bin fest davon überzeugt, dass es auch Kreaturen gibt. Ich glaube auch, es gibt Kreaturen. Korrigiert uns, wenn es falsch ist, aber auf jeden Fall kann man dann eben, wenn man den Spell, den Zauberspruch einmal gewirkt hat. Ich bin schon so durch, dass ich nicht mehr diese Frage beantworten kann, das ist absurd, kann man ihn dann nochmal für die Rückblendekosten nochmal aus dem Friedhof wirken und wie ihr schon seht, ist der Friedhof eine zweite Bibliothek, die euch im Laufe des Spiels da zurechtlegt. Super cool, einer meiner Lieblingsmechanismen ever, gibt es glaube ich vielen so. Super simpel, super sauberes Design, es gibt wahnsinnig viele Möglichkeiten, damit zu arbeiten und das funktioniert einfach total, total gut. Genauso wie das Turb ist ja sowas wie eine Art Flashback, nur auf eine doppelseitige Karte, wo dann die Rückseite der Karte ins Spiel kommt. Also zusammengefasst, die Mechanismen für sich sind alle schön flavorvoll, manche mehr, manche weniger, ich finde HexenCircle fällt so ein bisschen ab. Ansonsten funktioniert das richtig gut im Zusammenspiel, ist es aber sehr komplex und man vergisst den Flavor so ein bisschen, weil man so viel damit beschäftigt ist, überhaupt das Spiel im Moment zu begreifen. Das liegt aber auch an uns, dass wir Tasty MTG sind, nicht Gameplay MTG. Ich glaube anderen Content Creators, die sich noch mehr mit dem Gameplay befassen, für die ist das ein Klacks und den ganzen SpielerInnen da draußen, die viel spielen, die werden, da wird dieser Moment des Gefühls der Überforderung sicherlich nur kurz anhalten, hoffe ich. Gebt uns auf jeden Fall auch gern dazu Feedback. Genau, ich werde mir sicherlich den ein oder anderen Mechanismus raussuchen hier und gucken, ob das irgendwo für ein Commander Deck, was ich rumliegen habe, was noch ein bisschen Schmackes braucht, passt. Und ich freue mich natürlich auf Sealed. Wollen wir kurz auf die Archetypen eingehen, bevor wir dann wieder in unser Metier überschwenken? Ja, reiß mal runter. Was gibt's denn hier, was haben wir denn für Archetypen? Also Archetypen, die Farbkombinationen, die quasi bestimmte Spiel-Gameplans sozusagen mit sich bringen, die dann für Limited oder Sealed angeboten werden in zwei Farbkombinationen. Genau, und die sind in dem Fall schwarz und weiß, da geht's um das Opfern von Kreaturen und natürlich auch das Zurückbringen durch Aufstöbern. Blau und Schwarz, die klassischen Zombie-Farber. Aufstören, aufstöbern. Blau und Schwarz, ah, bevor wir weitermachen. Aufstören. Bevor wir weitermachen, Nachforschungen anstellen ist auch noch ein Mechanismus. Ja, da ist noch viel drin, was man irgendwie nochmal mitgenommen hat. Uns sind sogar noch andere Mechanismen drin, die allerdings nicht mit Keyword dastehen, sondern umschrieben sind. Und andere Mechanismen. Also das Ding ist wirklich, da passiert einiges, da passiert viel. So, ich fang nochmal an. Also Schwarz und Weiß geht's um das Opfern von Kreaturen. Blau und Schwarz, da geht's auch um das Opfern, aber mit dem Schwerpunkt auf Zombies. Blau und Weiß, das sind tatsächlich dann die aufstören Kreaturen und Flieger, weil das dann eben oft Geister sind, die dann aufgestört werden. Schwarz und Grün, da geht's darum, dass Kreaturen sterben und dadurch Effekte ausgelöst werden. Grün und Weiß, klassisch Tokens und dadurch auch der Hexenzirkel hier verortet, weil dann irgendwie ganz viele Kreaturen da sind, wo dann unterschiedliche Stärken vorhanden sind. Genau, viele Kreaturen, Zombies, 2-2-Zombies, 4-4-Biester, was auch immer dann so ins Spiel kommt, was sehr, sehr leicht den Hexenzirkel bilden kann. Da hast du einen Hexenzirkel aus einem Zombie, einem Biest und was schwirrt hier noch so rum? Einen Teufel? So ein Flieger, so ein Geist. Ja, ein Geist, ja genau. Das wäre so der Klassiker. Rot-Weiß, klassische Agro-Strategie, also schnell angreifen mit vielen Kreaturen, mit kleinen Kreaturen und viel Schaden machen. Blau und Grün, da sind dann die Flashback-Zaubersprüche verordnet, die Rückblende-Zaubersprüche. In Schwarz und Rot, da kriegt man schon mal den ersten Eindruck von den Vampiren, die wahrscheinlich dann im nächsten Set eine große Rolle spielen werden. Rot und Grün sind die klassischen Werwolf-Farben, also wenn ihr gerne Karten von der einen auf die andere Seite dreht und Tag und Nacht verfolgen wollt, willkommen in Rot und Grün. Und in Blau und Rot klassisch Spontanzauber und Hexereien, also Zaubersprüche und Effekte daraus ziehen, dass man möglichst viele Sprüche in seinem Deck gepackt hat. Ja, wie sich das spielt, was da die stärksten Kombinationen sind, wissen wir noch nicht. Im letzten Set hat ja Rot-Schwarz dominiert. Ich finde, Weiß-Schwarz spielt sich jetzt schon mal ganz gut. Es gibt viele Möglichkeiten, Kreaturen zu opfern und Effekte daraus zu ziehen. Schreibt uns gerne, was ihr als erfolgreich betrachtet habt und was vielleicht auch für euch die flavorvollste Kombination ist. Ja, irgendwie passt es, wobei ich das Gefühl habe, wie am Anfang schon erwähnt, Rot wird hier relativ stiefmütterlich behandelt. Es ist einfach nicht die Farbe von Innistrad meines Erachtens. Das wird sich dann mit dem Fokus auf Vampire schlagartig ändern, da bin ich überzeugt davon. Das wird spannend. Aber hier hat man es, glaube ich, den Regler ein bisschen runtergedreht auf die Farbe. Denn ich vermute sehr viele blutrote Karten in Crimson Vau, wenn wir dann zu den Vampiren kommen. Ja, das war so unser kleiner Überblick über das Gameplay. Jetzt kommen wir gleich zu unserer Preisverleihung, aber davor haben wir noch lustige Statistiken rausgesucht. Das ist passend zum Thema. Ja, genau, passend zum Thema. Pass auf. Und zwar, ich habe ja gerade schon von den Vampiren gesprochen und was ich ja ganz gern mache und auch für diese Folge wieder gemacht habe, ist, ich habe mir die Kreaturentypen angeschaut und deswegen die Frage an dich. Also ich stelle dir jetzt wieder eine Frage, wo du Kreaturentypen ranken musst und zwar nach deren Häufigkeit im Set und dann gucken wir mal, wo hier der Fokus liegt quasi oder was uns das vielleicht sagen kann. Also es gibt, ich habe ja schon die drei großen Kreaturentypen benannt, Vampire, Wehr, Wölfe und Menschen. Es gibt aber natürlich auch noch Geister und es gibt Zombies. Reichlich. So und ich möchte jetzt von dir wissen und ihr alle ZuhörerInnen, macht das gern mal mit. Was glaubt ihr? Was ist der Kreaturentyp, der am häufigsten ist in Innistrad, Mitternachtsjagd? Was ist der, der am wenigsten vorhanden ist? Und wie sortieren sich die anderen dazwischen ein? Ich würde sagen, also ihr könnt jetzt erstmal raten, ihr drückt jetzt erstmal Stopp und ich rate auch. Ja, macht euch Notizen und dann werde ich hier die Liste vom am wenigsten häufigen Kreaturentyp von den jetzt gerade fünf genannten bis zum häufigsten durchgehen und auch noch sagen, wie viele davon im Set sind. Also am wenigsten, also welche Kreaturentypen gibt es alles, welche habe ich zur Auswahl? Also es gibt Geister, Vampire, Werwölfe, ich muss gucken, dass ich jetzt die Reihenfolge schön durchnatter mische und nichts verrate, Zombies und Menschen. Okay, also Zombies am wenigsten, dann würde ich sagen Geister, dann Vampire, dann Werwölfe, dann Menschen am meisten. Okay, jetzt schauen wir mal. Mit 14 Mal vertreten sind auf Platz 5 die Vampire, die hattest du auf Platz 3 eingeordnet. Also 14 Vampire sind im Set. Kam mir deutlich mehr vor, es ist aber tatsächlich der Kreaturentyp, der am wenigsten vertreten ist von diesen fünfen. Dann haben wir auf Platz 4 die Werwölfe mit 19. Also es gibt fünf Werwölfe mehr, als es Vampire gibt. Auf Platz 3 haben wir die Geister. Es gibt 20 Geister, allerdings nur 19 Werwölfe. Also es gibt einen Geist mehr als Werwölfe in diesem Set. Und dann haben wir, und jetzt habe ich ein bisschen getrickst, aber nicht unberechtigterweise, auf Platz 2 die Zombies. Wir haben zwar nur 13 Zombies im Spiel, aber zehn weitere Kreaturen, die kreieren diese Decade-Zombies. Das heißt, da kommt unweigerlich auch ein Zombie ins Spiel. Ah, das habe ich jetzt nicht mitgezählt. Ich habe jetzt wirklich nur... Gut, dann, genau. Du hattest die auf Platz 5 einsortiert und nach der Zählung zu gucken, was sind quasi nur die Kreaturentypen und ohne die Tokens mit, hättest du damit richtig gelegen. Dann wären quasi die Zombies auf dem letzten Platz mit 13. Und auf Platz 1 sind die Menschen. Richtig. Du hattest auch die auf Platz 1. Allerdings mit einem unfassbaren Abstand. 62 Kreaturen sind Menschen in Innistrad. Und da habe ich die Menschen rausgenommen, die zu Wehrwölfen werden können. Krass. Und trotzdem ist es das Wehrwolf-Set, ne? Finde ich spannend. Trotzdem ist es das Wehrwolf-Set. Und es fühlt sich trotzdem so an. Es überrascht mich auf jeden Fall. Aber ja, nur wenn du Menschen hast, die Opfer von Wehrwölfen werden können, hast du quasi... Schaffst du es vielleicht auch, die Angst zu kreieren, die du brauchst. Die Angst um die Menschen in diesem Set vor den Wehrwölfen. Aber ja, Arlencourt ist die wichtigste Person. Die ist eine Wehrwölfin. Und das gewichtet ja schon mal den Ton des Sets ganz eindeutig auf Seiten der Wehrwölfen. Ich habe auch noch mal geschaut, wie das Verhältnis ist zwischen Wehrwölfen und Vampiren, weil wir ja bald in das Vampir-Set noch gehen. Was wolltest du sagen? Wie ist das Verhältnis so zwischen Wölfen, Wehrwölfen und Vampiren? Du meinst jetzt inhaltlich oder anzahlmäßig? Anzahlmäßig, verhältnismäßig in dem Set. Na, das habe ich ja geguckt. Jetzt 14 Vampire, 19 Wehrwölfe. Also es gibt ein bisschen mehr Wehrwölfe, als es Vampire gibt. Ja, ich spreche jetzt auch von Wölfen und Karten, die überhaupt Wolf in sich tragen. Also wie oft wird Wolf erwähnt und wie oft wird Vampir erwähnt? Ach, die Wölfe an sich. Nicht nur die Wehrwölfe, sondern alle Wölfe quasi. Oh. Deutlich mehr Wölfe und Wehrwölfe, als es Vampire gibt. Fast doppelt so viel Wolf. Also die Wölfe führen quasi mit, in meiner Zählung mit 26, zu den Vampiren, die so knapp über 10 liegen. Und ich hoffe, das dreht sich dann noch im nächsten Set. Wahrscheinlich wird sich das dann drehen. Definitiv. Ja, ja. Ich habe auch noch was nachgeschlagen. Und zwar, wir haben ja das Gefühl, oder es wird uns vermittelt, dass die Nacht länger ist als der Tag mittlerweile in Innistrad. Was würdest du sagen, wie viele Karten erwähnen die Nacht oder haben Nacht im Titel und wie viele das Tag oder das Wort Tag im Titel oder, erinnere mich, im Mechanismus oder im Flavortext? Interessant. Also es gibt natürlich diese ganzen Flipkarten. Das heißt, auch wenn da die Nacht erwähnt wird, haben die dann halt immer eine Tagseite. Und weil es ganz viele Karten gibt, die so den Tag ab, ich würde sagen, es gibt mehr Tag als Nacht. Sonst hättest du mir die Frage, glaube ich, auch nicht gestellt. Aber ich glaube, weil es diese doppeltseitenden Karten gibt, wo eben beides dargestellt wird, plus die, die dann halt eben nicht doppeltseitig sind. Es gibt tatsächlich mehr Karten, die sich auf die Nacht beziehen, und zwar 49, als die, die sich auf den Tag beziehen mit 36. Es gibt nämlich auch Karten, die haben irgendwie so nachtgebundene Reiterinnen, keine Ahnung. Also tatsächlich, das haben sie hingekriegt, dass die Nacht öfter auftaucht im Text und sich das dann so anfühlt, als ob die Nacht überwiegt. Okay. Letzte Frage. Letzte Frage. Du hattest im Vorfeld, als wir zur heutigen Folge gesprochen hatten, dich immer mal wieder so über das Kürbisset so ein bisschen lustig gemacht. Ante Dank und Halloween und so und die Kürbisse. Ich habe mir mal die Mühe gemacht und alle Karten nach den vorhandenen Kürbissen durchgeschaut, also die Artworks. Und jetzt ist die Frage, wie viele Karten in Innistrad Mitternachtsjagd, inklusive der Commander-Decks, gibt es, die einen Kürbis im Artwork haben? Oh. 15. Du bist nah dran. Die von mir gefundene Antwort ist 11. Gibt noch ein Ding, da ist ein roten, ein orangener Kreis mit zwei Punkten drauf abgebildet. Ich vermute mal, es ist ein nachlässig gezeichneter Kürbis, der nur zur Hintergrunddeko diente. Inklusive natürlich des Commanders Kürbis, Harvest Celebrant. Es gibt ja diese wunderschöne grüne Karte, die Kürbis oder halt im Englisch ausgesprochen Kürbis heißt. Der hat einen geilen, nicht orangenen, sondern so einen grün-gelben Kürbis als Kopf quasi auf seiner, ja, Wurzelgestalt, Trifolk-Gestalt. Ähm, ja, so viel dazu. Also, wenn ihr das nächste Pre-Release spielt, habt ihr jetzt ein bisschen unnützes Wissen, was ihr anbringen könnt. Sei es drum, lass uns ein paar Awards verleihen. Genau, wir gehen in den Endspurt und machen unsere Tasty-Preisverleihung. Und, ähm, womit wollen wir anfangen? Womit willst du anfangen? Äh, lass uns die Übersetzungen abhaken. Okay. Dann mach den Übersetzungs-Fail vielleicht mal zum Anfang. Übersetzungs-Fail. Also, wir gucken irgendwie gern, das ist so ein kleiner Spleen von Martin und mir, auf die Übersetzungen, weil wir immer im gegenseitigen Streit miteinander stehen, was die bessere Sprache oder nicht nur wir untereinander, sondern mit anderen, was die bessere zu spielende Sprache ist. Ich spiel sehr, sehr gern deutsche Karten oder deutschsprachige Karten, weil ich irgendwie auch so schräge Übersetzungen ganz, ganz irgendwie ganz witzig und, und, und cringy und cool finde so. Und, ähm, da kann aber hier und da mal was schief gehen. Mein Übersetzungs-Fail ist relativ unspektakulär. Licht für die Nacht. Hast du vielleicht gesehen, ist sogar eine Rare, kostet X und Rot, eine Hexerei, die Schaden macht quasi, Direktschaden und heißt im Original Light Up The Night, was in meinem Verständnis eher sowas wie die Nacht erhellen, die Nacht erleuchten ist, groß ist drauf zu sehen, Chandra in der Nacht, wie sie halt einen Feuerzauber wirkt und um sie herum, ja, verbrennen eben diese jenen Kreaturen der Nacht und, ja, das Ganze wirkt recht herrschaftlich und es klingt nicht so, als würde sie das Licht für die Nacht bringen, der Herr, ja, wo sie so eine Kerze ans Bett stellt, ja, deswegen können sie nachts anmachen, wenn sie mal auf Toilette müssen, so, das ist für mich das Licht für die Nacht, sondern sie erhält diese Nacht und, ja, erleuchtet die Nacht, deswegen, keine Ahnung, finde ich doof, würde ich auf Englisch spielen. So, Martin, jetzt du, was ist dein Übersetzungs-Fail? Mein Übersetzungs-Fail ist Hexenzirkel. What? Ich finde, Hexenzirkel ist, trifft, trifft nicht zu, weil es sind nicht nur Hexen. Erzähl nicht, mach nicht so ein Quatsch. Ist doch voll, okay, sprich weiter. Nee, es hätte heißen müssen, magischer Zirkel. Okay, mein Vater ist ja Hobby-Magier. Ach geil, wusste ich gar nicht. Ja, ja, doch, und der ist halt, der ist halt im magischen Zirkel. Ah ja, geil, ja, stimmt. Und der ist nicht im Zauberer-Zirkel, der ist auch nicht im Hexenzirkel, der ist im magischen Zirkel. Ah. Und wenn man sich auch die Illustration anguckt, dann sind da nicht nur Hexen drauf, da sind auch männliche oder männlich aussehende Zauberer drauf und ich finde, das hätte es ein bisschen inklusiver gemacht, ein bisschen weiter gefasst, weil dieses Coven ist auch so ein bisschen, ich habe nochmal nachrecherchiert, ja, kommt so ein bisschen aus dieser Hexengeschichte, aber ist tatsächlich weiter gefasst als jetzt nur auf weibliche Magie ausübende. Und ich fände magischer Zirkel, den Platz hätte es auch gehabt und ich fände es schöner gefunden. Ja, wäre natürlich länger und hätte wahrscheinlich so ein paar, wobei, das ist ihm ja eh egal, wie lange deutsche Übersetzungen sind, das wird dann einfach gemacht und dann wird der Text halt sehr klein. Das kann ich absolut nachvollziehen und gebe ich dir absolut recht. Klar, so wie ich vorhin schon sagte, irgendwie so ein Zombie und so ein Geist und so ein Wehrwolf oder so ein Beast-Token, das klingt nicht so nach Hexen, das ist schon irgendwie so ein weiblich gelesener Begriff, so klar, da wäre so ein magischer Zirkel irgendwie passender gewesen. Ja, absolut, ist mir noch gar nicht so oft gekommen, weil, aber Hexenzirkel an sich, das Wort, das finde ich ganz schön und griffig, man kennt es ja, genau, das knüpft an was Bekanntes an und das zeichnet diese Innistrad-Welt ganz gut und es geht ja auch Kalinda und ihre Gefolgschaft, die bezeichnen sich ja oder werden ja auch als Hexen bezeichnet, fand ich erst mal ganz cool, aber was du sagst, gefällt mir jetzt noch besser, wo du sagst. Also, ich werde es als magischen Zirkel bezeichnen. Komm, dann jetzt zu den positiven Dingen, der Übersetzungswinnen, sag erst mal deinen. Mein Übersetzungswinnen ist die Dickichtrüstung, die Bramble Armor. Oh ja. Ich finde Dickicht ein schönes Wort. Und ich habe mal geguckt, ich bin nämlich draufgekommen, weil Bramble liest man im Englischen öfter auf einer Magic-Karte und da habe ich gedacht, Mensch, das ist doch nie mit Dickicht übersetzt worden und tatsächlich ist es eher so als Dornen oder, ja, also hauptsächlich mit Dornen übersetzt worden und ich finde Dickicht ist eine schöne Übersetzung und es passt auch zu der Karte, wie das dargestellt wurde. Also, das ist, klar ist das Dornig, aber man denkt so, man ist durch Dickicht gelaufen, dann hat man so eine Rüstung an, die eben aus Dickicht ist und wenn man das Wort ganz oft sagt, klingt es immer komischer. Dickicht. Nee, also ich finde das eine schöne Übersetzung und ich finde das auch ein schönes Wort, das man viel zu selten hört und deswegen ist die Dickichtrüstung mein Übersetzungswinnen. Mein Übersetzungswinnen ist eine doppelseitige Karte und zwar eine Common, die kostet eins und ein schwarzes ist ein Artefakt und die flippt in eine 4-4 gruselige Kreatur, in einen Dämon und zwar handelt es sich um den, um den Vererbter Spiegel. Der Vererbter Spiegel wird nämlich zu Verderbter Unhold. Verderbter Spiegel, was ein ganz schönes Wortspiel ist, meines Erachtens. Vererbter, verderbt. So, ne, man kann, man hätte auch verdorbener Unhold sagen können, aber... Oder müssen? Ich, nö, ich würde auf einer altdeutschen Variante kann man das mit Sicherheit sagen, würde ich mir vorstellen. Denn im Original ist es, hat man dieses Wortspiel nicht so krass. Es gibt zwar den Erlu Mirror für die Vorderseite, für den Spiegel und den Inherited Fiend, also dieses Wort der Erbschaft steckt auch hier irgendwie im Wortstamm mit drin, aber es ist nicht so eins zu eins im Wortklang übersetzt worden. Das kennt man andersrum wiederum von vielen Übersetzungen, dass es sehr, sehr coole englische Originale gibt, wo Vorder- und Rückseite sich sprachlich und vom Wortklang her sehr gut aufeinander beziehen, aber das in der deutschen Übersetzung nicht möglich war. Und ich fand es cool, dass man hier die Möglichkeit einfach mal genutzt hat, an einer Karte, die es jetzt nicht will, aber vielleicht für die ÜbersetzerInnen sich angeboten hat, das einfach mal zu machen, hier so ein Wortspiel oder so ein Wortklangspiel herzustellen. Und vererbter Spiegel, verderbter Unhold, das ist mein Übersetzungswin. Ich habe gerade mal geguckt, das gibt es als Wort verderbt, absolut rehabilitiert. Ich gehe da mit, schöne Sache, gut gelöst. Dann würde ich vielleicht leitermachen mit dem Flavor Fail. Go ahead. Mein Flavor Fail ist der Shady Traveler, zu deutsch der zwielichtige Reisende. Weniger wegen des Titels, sondern wegen der Illustration. Beschreib die mal. Leute, also man sieht quasi eine Stadt mit, ja, da läuft eine Familie. Fachwerk. Viel Fachwerk. Viel Fachwerk. Das können sie. Und ja, irgendwie ist es auch so ein bisschen winterlich und da läuft eben dieser komische Typ in seinem Mantel, läuft da durch und guckt so ein bisschen zwielichtig. Und reisen. Und abweisen. Und im Hintergrund laufen so normale Dorfbewohner und natürlich ist es ein Wehrwolf und der dreht sich dann und dann ist dann auf der Rückseite der Wehrwolf. Aber der Flavor Fail ist folgender. Liebe Leute auf Innistrad, wenn die Ernte dankfest feiert und der erste Schnee ist gefallen, dann ist es zu spät. Dann ist die Ernte nichts mehr wert. Also ich finde, warum ist jetzt auf dieser Karte auf einmal Winter? Wer hat auf den ganzen anderen Karten Herbstes? Also ich habe da drauf geguckt und gedacht, hä? Ich dachte, wir feiern hier Harvestite. Das ist doch selten, wenn der erste Schnee gefallen ist und auf den Feldern noch das Korn steht. Das ist noch das Konfetti von der Party. Ja, natürlich. Es gibt noch eine andere Karte, da weiß ich aber nicht so richtig, ob es Schnee ist oder ob es einfach so Spinnennetze sind. Da habe ich mal noch großzügig drüber hinweggeblickt. Aber im Shaded Traveler, liebe Bürger auf Innistrad, ich weiß, ihr habt es schwer. Aber wenn ihr beim ersten Schnee eure Ernte einholt, dann seid auch ein bisschen selber schuld. Schön. Ja. Ich gehe über zu meinem Flavor Fail. Und mein Flavor Fail ist mir wirklich ganz, ganz schwer gefallen, diese Karte als Flavor Fail zu nehmen. Es ist ein Beispiel für eine Reihe von Flavor Fails, wie ich finde. Und zwar möchte ich gerne allen Karten, ein bisschen getrickst, aber allen Karten, die folgende Formulierung draufstehen haben, den Flavor Fail geben. Und zwar, immer wenn der Tag zur Nacht oder die Nacht zum Tag wird, das klingt erstmal ganz geil, kannst du Punkt, 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 Punkt. Und dann ist immer zu irgendeiner Karte steht dann Text drauf. Und ich fand, bei fast allen dieser Karten, bei ganz, ganz vielen, hat es dann überhaupt nichts mehr mit der Karte selber zu tun gehabt, was dahinter steht. Was dann passiert zwischen Tag und Nacht im Wechsel. Und als Beispiel habe ich rausgesucht den Materialsammler, den Component Collector. Den finde ich erstmal total cool. Das ist so ein Homunculus, eine Kreatur für zwei Männer und ein blaues. eine Common, hat PowerToughness1.4 und sagt, ich lese mal den gesamten Text vor, falls es weder Tag noch Nacht ist, wird es Tag, so wie der Materialsammler ins Spiel kommt. Frag ich mich erstmal, warum? Das kann von mir aus auch sehr gut eine Kreatur der Nacht sein. Warum kommt der ins Spiel und es wird Tag quasi? Klar, der klingelt an der Tür, das macht er nur am Tage und so weiter. Aber das fand ich erstmal doof, hat mich gestört. Der kommt am Morgen zurück? Der kommt am Morgen zurück? Okay. Du dein Meister. Ah, danke. Siehst du, ich wusste, dass ich was übersehen habe. So weit, so cool. Aber warum tappt er oder antappt er eine bleibende Karte meiner Wahl, wenn es Tag wird oder wenn es Nacht wird? Das habe ich überhaupt nicht verstanden, was das damit zu tun haben sollte. Ich finde die Illustration so mega geil. Es sieht aus wie das Logo von der Rum kommandiert. Die Karte, ja, also einfach ein riesengroßes Auge auf einen Körper, auf einen kleinen Homunculus-Körper draufgesetzt. Aber dieser Wechsel von Tag und Nacht, das hat mich super gestört. Wo es mega gut passt, beispielsweise, ist beim Gaveney Dorn Guard, jetzt fällt mir gerade der neue, der deutsche Titel nicht ein, das ist eine Wache quasi, ja. Es gibt einen Wachwechsel zum Tag hin und zur Nacht hin. Und dass dann etwas passiert, wenn Wachwechsel ist, quasi, das leuchtet mir total ein. Also der kann Kreaturen aus dem Friedhof zurück auf die Hand nehmen. Aber hier verstehe ich zumindest, warum etwas passiert, wenn Tag und Nacht wechseln. Aber jetzt, wo du sagst, wenn es Nacht wird, zieht er los und sammelt seine Teile, sein Material. Und wenn er zurückkommt, hat er das Zeug vorhanden. Das mildert ein bisschen. Wäre fast mein Übersetzungsfehler geworden, weil Komponent und Material, also Komponent klingt so ein bisschen mehr nach, hey, ich habe hier ganz viele Komponenten und die brauche ich zusammen. Und Material, ja, ich habe das Material für den neuen Auftrag schon bekommen und es klingt so ein bisschen nach Handwerksmeister. Also, für mich sind hier viele Wins vorhanden in dieser Karte, aber insgesamt und zusammengenommen macht der Materialsammler für mich keinen Sinn und das ist mein Flavor-Fail. Absolut berechtigt, gehe ich mit. Dann mach doch mal den Flavor-Win. Ganz kurz, bevor ich zu meinem Flavor-Win komme, muss ich noch kurz was dazu sagen, was so ein bisschen auch an meine engere Auswahl gekommen ist, nämlich der Fenstersturz. Die Fensterrate, äh, die Fenestrate natürlich. Der Fenstersturz, ne, hat für viele einen perfekten, ähm, Flavor. Spontan-Zauber, zwei und ein schwarzes. Zerstöre eine nicht fliegende Kreatur deiner Wahl und dargestellt ist halt ein Typ, der aus dem Fenster geschmissen wird. Klar, ne, du schmeißt was aus dem Fenster, wenn es eine Kreatur ist, die fliegt, dann fliegt sie davon, tut dir überhaupt nichts. Wenn das, ähm, ein Mensch ist, den aus dem Fenster stürzt, dann, ähm, stirbt der, du zerstörst diese Kreatur damit. Cool. Fand ich auch schon, gab es ja eine ähnliche Karte bei Ixalan, Walk the Plank, über die Planke gehen, oder irgendwie sowas, Übersetzung, ne, ähm, wo du quasi eine Nicht-Mehr-Volk-Kreatur sozusagen zerstören konntest. Und dargestellt war eben ein Typ, der ins Wasser geschubst wird. Was halt bei einer Merk-Volk-Kreatur nicht so gut funktionieren würde. Und damals schon gab es das Problem, ähm, was ist, wenn die Kreatur fliegt? So, dann, gut, wenn sie, wenn sie verbunden ist und nicht mehr fliegen kann und stürzt ins Wasser, dann stirbt sie auch. Okay, 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 okay. Aber das ist ein bisschen mein grundlegendes Problem mit diesen Karten, den Karten, den Fenstersturz. Da schmeißt man ja alle möglichen Kreaturen aus dem Fenster. Und ich finde, am absurdesten ist es halt, wenn man so eine Karte hat, wie beispielsweise das, ähm, das Creeping Inn, ja, das ist dieses, dieses Land, was auf der Vorderseite eben so ein altes Haus ist, so eine alte, ja, so ein bisschen Geistervilla. Und die flippt irgendwann in eine Artifact-Creature, ein Horror- Construct und ist eben ein ganzes Haus auf riesengroßen, wurzelartigen Beinen, was sich durch die Gegend bewegt, ja. Und wenn ich quasi ein gesamtes Haus mit riesengroßen Beinen aus dem Fenster schmeiße, was an sich schon mal ein schönes Bild ist, frage ich mich, wie groß muss das Fenster sein? Und in welches Haus geht das Haus, damit ich es überhaupt aus dem Fenster schmeißen kann? Von daher, das wäre dann quasi der perfekte Flavor-Fail, wenn du so möchtest. Deswegen habe ich Fenstersturz oder die Fensterstrate eben nicht als meinen Flavor-Win genommen. Das finde ich eine sehr gute Vorstellung, wenn das Haus durch sein eigenes Fenster fließt. Finde ich gut. Mein Flavor-Win ist der rachsüchtige Würger. Das ist eine Kreatur, die flippen kann, die eine Rückseite hat. Also auf der einen Seite ist der rachsüchtige Würger, kostet eins ein schwarzes, eine 2-1-Kreatur. Und das ist ein Typ, der Mensch-Räuber, der steht auf dem Scheiterhaufen, der wird gerade verbrannt. Ähm, ziemlich crazy. Und der Flavor-Text ist, als die Flammen den Mörder verzehren, also es handelt sich offenbar um einen Mörder, der deswegen hingerichtet wird, bleiben seine Augen auf den Henker gerichtet und seine Hände zucken wie wütende Spinnen. Okay, soweit ist es wie so ein kleines Rätsel. Was heißt das? Ähm, der restliche Spielkartentext ist noch, wenn der rachsüchtige Würger stirbt, bringe ihn transformiert unter deiner Kontrolle und an eine Kreatur oder einen Planeswalker deiner Wahl, die bzw. den ein Gegner kontrolliert, angelegt ein Spiel zurück. Also der stirbt, der ist jetzt tot, aber da kommt was zurück. Denn was zurückkommt, ist der wirkende Griff. Die Hände, von denen im Flavor-Text schon die Rede waren. Das wird nämlich plötzlich eine Aura und diese Aura sagt, verzaubert eine Kreatur dann Planeswalker und zu Beginn deines Versorgungsegments opfert der Beherrscher der verzauberten bleibenden Karte eine bleibende Karte, die kein Land ist und verliert einen Lebenspunkt. Flavor-Text, am nächsten Tag wurde der Henker mit Handabdrücken aus Asche am Hals aufgefunden. Das heißt, der kommt quasi nicht vollständig als Geist zurück, der seinen Henker heimsucht, sondern lediglich die Hände, die hier in der Illustration noch glühen, die hängen sich an den Henker ran und der Henker kann sich noch eine Weile wehren, so auch irgendwie, kann sich das spielerisch abbilden, ich kann noch andere Sachen opfern, ich kann noch irgendwie andere Sachen tun, um noch zu überleben, aber irgendwann geht es dem Henker, also die Kreatur, die davon verzaubert wird, von dieser Karte an den Kragen, buchstäblich und sie muss geopfert werden vom Beherrscher. Coole Karte, hier macht das Flippen absolut Sinn, was wie zurückkommt, dass es in so eine Aura flippt, die kleine Haunted-Geschichte, die hier erzählt wird, super simpel und mein absoluter Flavor-Win unter sehr vielen Flavor-Wins, die ich mir vorab ausgesucht hatte, aber den fand ich wirklich on point. Sehr gut, finde ich schön, finde ich auch wieder eine sehr gruselige Karte tatsächlich, also die trifft auch wieder mein Flavor-Herz. Genau, der Vengeful Strangler und auf der Rückseite ist es der Strangling Grasp. Cool, was hast denn du dir ausgesucht? Ich habe auch eine super gruselige Karte, die super nach Innistrat passt und es ist die tödlichste Kreatur und ein absoluter Flavor-Win und zwar ist es der Deathbonnet Sprout, der Todkappensprössling. Ah, dieser Pilz, ja, ein Fungus, genau, erzähl mal. Das ist erstmal eine ganz tolle Illustration, ist aber nicht mein Silberner Tasty. Tolle Illustration von Philipp Bourboran, weil es so richtig schön leuchtet, dieser kleine Pilz da auf der Vorderseite und dieser kleine Pilz ist eine 1,1, kostet auch nur ein Mana und was Pilze so machen, der wächst und zwar am Beginn des Versorgungssegmentes wirfst du eine Karte in den Friedhof, also du düngst quasi diesen Pilz, du gibst ihm quasi, du wirfst ihm was hin. Jetzt verstehe ich das, ja. Genau und wenn dann drei oder mehr Kreaturenkarten im Friedhof liegen, dann hat er ganz viele Nährstoffe aufgesogen und dann verwandelt er sich und dann dreht er sich auf die Rückseite und dann ist es der Todkappenhühne, ein Pilzwesen Schrecken. Und was der nämlich jetzt machen kann, ist zum Beginn des Versorgungssegments kann ich eine Friedhof, er kann ich eine Karte aus dem Friedhof ins Exil schicken, das heißt er saugt dann wirklich so die ganzen Nährstoffe auf, die Kreatur verschwindet, die ganzen Nährstoffe sind gar nicht mehr da und wenn die Kreaturenkarte eben so umgewandelt wurde und ins Exil geschickt wurde, dann kriegt er richtig Kraft und eine Plus-1-Plus-1-Marke auf den Todkappenhühnen. Und das finde ich sehr, sehr witzig, weil er auch nochmal dieser Friedhof so ein bisschen ins Spiel kommt und ja, diese Idee, dass der Friedhof Nahrung ist für alles mögliche gruselige Zeug auf Indusrande, aber das gruselige Zeug in dem Fall einfach so ein ganz unscheinbarer kleiner Pilz ist, der dann ja dann doch ganz, ganz groß werden kann. Kannst du den Flavotext noch vorlesen von der Rückseite? Ja, also wenn dann der Todkappenhühne im Spiel ist, dann ist der Flavotext, sie werden so schnell groß. They grow up so fast. Das ist geil. Das ist wieder ein bisschen dieser morbide Humor. Sie wachsen so schnell, was man zu Pilzen sagen würde, sondern sie werden so schnell groß, wie man es eben zu kleinen Lebewesen, zu Kindern sagt, die groß werden. Und das macht es gleich wieder spooky. Das lebt. Das ist nicht nur ein Pilz. Das Ding bewegt sich schneller. Ja, also ganz schöne Karte auf ganz vielen Ebenen, aber in dem Fall mein Flavorbin. Ja, geil. Ich habe die erst gar nicht richtig verstanden. Warum mild deine Karte, habe ich mich die ganze Zeit gefragt. Random, aber nee. Cool. Ja, geil. Dann würde ich sagen, auf zur Königskategorie, dem Silbernen Tasty. Soll ich anfangen? Leg los, Martin. Ja. Was ist dein Silber? Welchem Artwork gibst du den Silbernen Tasty? Ich habe ja schon gesagt, ich mag ja an Innistrad oder an Sets generell so ein bisschen, wenn sie subtil sind und jetzt nicht so mit dem Zaunfall so direkt dir eins über die rüber ziehen, sondern eher so heimlich, geheim um die Ecke kommen. Und das spiegelt sich auch in meiner Gewinnerkarte wieder. Und zwar ist das Ans Fenster klopfen. Tapping at the Window von Nils Hamm. Es ist eine erst mal sehr unscheinbare Illustration, wenn du da drauf guckst. Sie ist, man guckt quasi von inne nach draußen. Es ist eine dunkle Nacht. Du siehst quasi nur das Fensterkreuz, den Fensterrahmen und vor dem Fenster einen Baum. Das ist sehr grafisch gehalten. Also rechts und links der gleiche Abstand in schwarz, die Fensterbalken und dazwischen eben dieses Rechteck unterbrochen von dem Fensterkreuz, wo du nach draußen schaust. Und das Subtile passiert hier tatsächlich in dem, was an der Scheibe passiert. Denn der Baum, der vorm Fenster ist, man hat es ja manchmal so, dass die Äste da so am Fenster lang kratzen. Das ist dann so ein gruseliges Geräusch. Aber hier passiert dann noch ein bisschen mehr. Denn der Baum, der macht nicht nur Geräusche, sondern der kratzt tatsächlich das Fenster kaputt und der will richtig rein und der drückt das Fenster so rein und zerkratzt das Fenster. Und das finde ich, das ist so genau diese Subtilität, die mir so gefällt. Und ich finde auch diese, in diesem ganzen Feuer, Wehrwölfe, Explosion, Kampf ist dieses, der Baum, der kommt langsam, aber er kommt sicher und unheimlich zu dir nach der Rinne. Das, ja, fand ich sehr schön. Und Nils Hamm ist auch ein toller Illustrator. Der hat zum Beispiel so Klassiker wie die Bale Falls Tricks illustriert. Das wirkt, oder auch den Boneyard Lurker in Ikoria. Und seine Illustrationen, die wirken alle so ein bisschen nach Kupferstich oder nach Rost. Das wirkt alles so ein bisschen verwesen. Ganz toll auch die Barthesian Bats aus Guilds of Ravnica. Also ganz tolle Illustrationen und sehr, sehr, ja, fühlt sich sehr nach Handarbeit an. Aber hier eben mit einer sehr eindrücklichen und reduzierten, gruseligen Darstellung, finde ich. Ich finde ja immer grün, schwarz und blau, das sind so seine Farben. In diesen Farben gefällt mir die Dinge, die er macht, wirklich am besten. Aber es überrascht mich in genügend anderen Illustrationen, die ich erstmal nicht Nils Hamm in die Schublade schieben würde, sozusagen in die Schublade Nils Hamm, weil sie in anderen Farben sind. Und dann sieht man doch, dass es irgendwie grün-weiß ist. Und dann passt das alles doch perfekt irgendwie zusammen. Also ich finde ihn einen der ganz großen. Und dieses Bild, was du jetzt ausgesucht hast, ist tatsächlich ja auch von Arena beispielsweise einer der Ladebildschirme quasi. Denn das ist eine Illustration, die sehr, sehr gut groß funktioniert, wo man dann die schönen kleinen Details erkennen kann. Also erst, wenn man so denkt, die Karte sich anschaut und denkt, hier haben sie ein Fenster gemalt mit dem Ast davor. Uh, ja, was hat denn der Illustrator hier wieder gemacht? Nils Hamm, der malt nicht einfach nur ein Fenster. Ja, da muss man auf die Details achten. Da hängt auch so dunkel neben dem Fenster an der Wand noch so ein Bild, ja. Und man kann es nicht so richtig erkennen, was da drauf ist. Und das macht so ein bisschen Schauder, ne. Wenn man das Gefühl, wenn man eh schon in der Welt ist, wo man das Gefühl hat, dass es die Gemälde einen mit den Blicken verfolgen. Ja, also hat mir sehr gut gefallen und finde ich eine schöne Illustration. Was hast du? Ich habe ein Bild, was je länger ich mir anschaue, immer besser gefällt. Und zwar ist es zur Karte Giza, glorreiche Erweckerin. Schaut euch diese Karte an. Schaut sie euch einfach mal an. Ist eine Rare, kostet zwei und zwei schwarz. Eine legendäre Kreaturmensch-Zauberin. Zauberer. Ja, und ist eine 4-4-Kreatur, die illustriert wurde von Yongjae Choi. Ich hoffe, ich habe diesen Namen richtig ausgesprochen. Und Giza ist eine Figur, die man bisher auf, ich glaube, vier Karten habe ich jetzt spontan gefunden. Vielleicht gibt es noch mehr, fünf, lass es sechs Karten sein oder von mir aus auch zehn, wo man sie gesehen hat. Und bisher konnte ich mit Giza oder mit ihrem Bruder Geralf, mit dem sie oftmals abgebildet ist, nicht so viel anfangen. Ist halt irgendwie so eine Kreatur, die so in dieser Zombie-Welt unterwegs ist und wirkt irgendwie die ganze Zeit wie so eine, ja, ich sage es mal ganz despektierlich, wie so eine kleine Liliana. Aber ich komme halt niemals an Liliana ran. Liliana ist einfach Liliana und sie ist die große Planeswalkerin, die Herr oder Frau über die Herren, Herren sagt man ja, was für ein absurdes Wort, Herren über die, über die ganzen Zombies, über die ganzen Zombies sind. Und Giza war eher so diejenige, die so mit den Zombies rumspielt. Das ist sie immer noch, aber ich gucke mir diese, ich gucke mir diese Karte an und diese Illustration und wirklich ganz speziell auf diese Illustration bezogen. Und wir finden ein, ja, relativ absurdes Setting vor uns. Und zwar ist man in einer Art sakralen Raum, einer Kirche, sage ich mal, das in Kerzen angezündet, die so auf, ja, abgebrochenen Säulen stehen. Und der gesamte Boden, man sieht den gar nicht richtig, aber alles ist voll mit Zombies, die da rumlaufen, die ihre Hände ausgestreckt haben, ihre Zähne fletschen. Und mittendrin, ein bisschen erhöht, sitzt, als würde sie für ein Fotoshooting posieren, Giza, und lacht aus voller Seele. Lacht einfach, ja. Hat eine Schaufel in der Hand, die, ja, irgendwie die Schaufelkelle, sagt man so, nach oben zeigt. Die ist ganz schön verziert. In der rechten Hand hat sie, in der linken Hand hat sie so einen Fleischerbeil. Und unterm Arm klemmt so einen Korb, wo sie Einzelteile von Zombies wahrscheinlich gerade gesammelt hat. Und sie sitzt da, so nach dem Motto, als wäre sie gerade mit irgendeiner guten Freundin unterwegs. Sagt, komm, wir sammeln mal ein paar Sachen. Und dann sagt die gute Freundin, komm, hier sind gerade die Zombies. Setz dich mal kurz rein, ich mach mal ein Foto, einfach so, um es deinem Bruder zu schicken irgendwie. Weil sie ist ja auch einfach super frech. Und es gibt einen ganz wunderschönen Text in diesem Planeswalkers Guide, so eine Art Brief, den sie an ihren Bruder geschrieben hat. Wo sie auch so als die kleine Freche irgendwie daherkommt. Aber was sie in diesem Bild für mich ausstrahlt, ist eine relativ zierliche Frau, die aber mit einer Souveränität innerhalb dieser Zombies sitzt. Eben leicht erhaben vor diesem runden, sakralen Fenster, der so fast wie so ein Heiligenschein um sie herum scheint. Vollkommen frei von allen Gefühlen, die ich in dieser Situation empfinden würde. Angst, Beklemmung, den Wunsch danach wegzulaufen oder so. Sondern sie ist da einfach total erhaben buchstäblich mittendrin und hat eine Leichtigkeit, eine erhabene Leichtigkeit, die sie bisher, fand ich, nicht hatte. Wo sie so die kleine Fiese, ich spiele mit Zombies rum und ich necke meinen Bruder war. Ist sie hier ein Stückchen erwachsener geworden und emanzipiert sich zu etwas, was Liliana vielleicht auch mal war, aber schon längst nicht mehr ist. So Liliana wird zwar immer wieder mal dargestellt oder in den Geschichten beschrieben als, ja das Mädchenhafte, ich beschwöre die Zombies und hab irgendwie meinen Spaß damit und hihihaha. Aber Liliana ist für mich spätestens seitdem sie als Korsettfrau und Professorin Onyx irgendwie aufgetreten ist, eine gereifte ältere Frau, die eben nicht mehr dieses Alberne mit sich bringt. Und Alberne möchte ich jetzt ganz wertfrei sagen, denn ich finde Giza hat dieses Herumalbernde auf eine ganz, ganz tolle Art und Weise und all das drückt für mich dieses Artwork aus. Ich finde das richtig cool und hier wird für mich ein Charakter in meiner Wahrnehmung geboren, der vorher erwähnt wurde, aber eher im Schatten von Geralt stand, als sich wirklich so wie hier ein Stück weit zu emanzipieren, möchte ich fast sagen. Ja, es gibt sie zwar schon als legendäre, legendäre Kreatur, als Ghoulcaller Giza, aber ja, da war nicht das drauf zu sehen, wie auf dieser Illustration und das macht für mich nicht der, nicht der Titel, das macht für mich nicht der Mechanismus und wie sich die Karte vielleicht spielt, sondern es macht für mich einzig und allein das Artwork von, jetzt muss ich nochmal kurz nachgucken, Yongjai Choi. Danke dafür, Silberner Tasty an dich. Ist dir die Karte aufgefallen? Ist dir die Karte aufgefallen bei mir? Tatsächlich nicht, nein. Beim ersten Mal gucken ist es nicht aufgefallen. Nee, tatsächlich nicht und es ist wirklich eine sehr detailverliebte Karte und man kennt auch wieder, in dem Planeswalker, hast du ja auch gesagt, hat Giza ja die zurückgelassene Zombie-Armee von Liliana übernommen, das ist wahrscheinlich die hier und da freut sie sich jetzt diebisch drüber und es ist eine ganz großartige Illustration. Also ich gebe dir recht, verdienter Silberner Tasty. Ja, ich finde es so geil, dass in dieser Illustration halt die Zombies nicht so dargestellt werden wie, wir sind die ergebenden Diener und, sondern die sind ja als Gefahr dargestellt. Sie sind als mit ausgestreckten Händen und gefletschten Zähnen, die auch nach ihr greifen dargestellt und egal wie sie die übernimmt, es sind immer noch gefährliche Wesen, die da um sie herum sind. Es geht von denen immer noch eine Gefahr aus, zwischen denen sie da, ja Wesen, zwischen denen sie da herum wandelt. Das war irgendwie cool. Ich würde noch, bevor wir das abschließen und irgendwie gar nicht mehr über die Artworks sprechen, noch so ein paar Honorable Mentions raushauen von KünstlerInnen, die mir wirklich aufgefallen sind. Also Nils Helm hast du es schon genannt, aber Anna Steinbauer fand ich auch richtig, richtig gut. Die hat ja die Arlen Kord, den Arlen Kord Planeswalker illustriert. Ilse Gord ist für mich krass aufgefallen durch die Wölfe, die sie gezeichnet hat. Igor Kjeriluk, der meinen silbernen Tasty in Strixhaven für den Biomark ja bekommen hat, hat so geile Artworks, unter anderem dieses Artwork mit der Hand, die Hand, die mehrere Augen hat quasi. Also der hat so viele Artworks, wo mir so richtig kalt den Rücken runterläuft gemacht. Und auch wieder der gute Kev Walker hat der, der eben den Fleischeintreiber illustriert hat. Und auch, ja, wahnsinnig, wahnsinnig tolles, wahnsinnig tolles Artwork, wo ich diverse filmische Vorlagen zitiert sehe. Cool, wirklich richtig, richtig cool, was hier Artwork mäßig wieder abgeht mit den Artvarianten, mit den ganzen Special Frames. Der Special Frame übrigens gestaltet von Justine Jones, die schon Adventures of the Forgotten Realms unseren silbernen Tasty bekommen hat. Also hier wurden viele, viele coole Menschen zusammengesammelt, die Artworks zu machen. Und ja, richtiges Highlight für mich, dieses gesamte Set, Artwork mäßig. Ich finde auch, sind schöne, gruselige, schöne, witzige, schöne, morbide Illustrationen dabei. Und ja, Anna Steinbauer, Ilse Gord, finde ich auch richtig, richtig gut. Schon lange, Ilse Gord, seit ihrer ersten Karte in Ikoria, finde ich toll, dass sie mittlerweile auch so eine Institution geworden ist. Das ist hauptsächlich für tierische, tierische Lebewesen und Karten. Großartig, wie dann wirklich so Leute ihre Nische finden und da starten und sich dann daraus weiterentwickeln, tolle neue Assignments kriegen und großartig. Und also eine Giza-Karte. Schön gefunden, schöne Entdeckung. Checkt auf jeden Fall auch diese Karte in den Commander-Decks von Siddharth Chaturvedi, den wir ja im Interview hatten. Der hat so einen geilen fliegenden Dämon illustriert, dessen Hände nicht direkt am Handgelenk hängen, sondern wo zwischen Handgelenk und Hand so eine Kette ist. Schaut euch das an. Das ist Albtraummaterial par excellence. Auch der hat einen richtig guten Job gemacht. Dann wären wir durch. Dann haben wir alle Preise vergeben, haben das Set besprochen und sind gewappnet für unseren Besuch in der langen Nacht von Innistrad. Und ich hoffe, euch geht's genauso. Dann würde ich sagen, lass mal die Nachspeise servieren. Was haben wir denn? Ich habe als Mitternacht-Snack noch einen Kürbiskuchen gebacken. Die Nachspeise, die ich mitgebracht habe, sind zwei Empfehlungen für euch, wenn euch das Setting von Innistrad gefällt und euch Wehrwolfe gefallen und Hexenzirkel gefallen, magische Zirkel gefallen. Dann habe ich zwei Sachen für euch, die ihr vielleicht noch nicht kennt und es sich lohnt, die mal anzugucken. Es gibt einen ganz tollen Animationsfilm, der heißt Wolfwalkers. Den gibt es auf Apple TV Plus und wahrscheinlich kann man den auch auf DVD, Blu-ray erwerben. Es ist ein ganz großartiger Zeichen-Illustrationsstil, der sich auch abwechselt. Und zwar geht es darum, ein kleines Mädchen kommt mit ihrem Vater nach Irland in eine Stadt. Der Vater soll die letzten Wölfe dort im Auftrag der englischen Krone, die ihn in Wäldernhausen umbringen. Und ja, diese Stadt wird auch sehr bedrückend dargestellt. Es ist auch viel Fachwerk, alles sehr quadratisch, alles sehr eng. Es wird sehr viel handgezeichnet, wie mit Kohle und alten Techniken dargestellt und sehr düstere Farben. Und wie es so kommt, das Mädchen folgt seinem Vater in den Wald und trifft dort auf die Wölfe, die aber eine ganz andere Geschichte haben. Und zwar trifft sie auf das Mädchen Mäb, Mäbe, Mäb spricht sich, glaube ich, die ein sogenannter Wolfwalker ist. Das heißt, sie kann sich in einen Wolf verwandeln. Und in den Wäldern entdeckt sie dann zusammen mit Mäb eben die andere Seite dieses Irlands. Und es ist dann bunte Farben, runde Formen, alles sprießt, alles leuchtet. Und es ist eine ganz großartige Geschichte, die erzählt wird. Es ist ein ganz großartiger Illustrationsstil, der auch so ein bisschen wechselt zwischen Draufsicht, also so alten Wandgemälden aus der Zeit von damals. Die werden als Vorlage genommen. Und es ist eine ganz großartige Bildsprache, eine sehr schöne Geschichte und eine ganz tolle Musik. Also guckt euch diesen Film an, wenn ihr Werwölfe mal anders dargestellt haben wollt. Und es ist ein Film für die ganze Familie tatsächlich. Das Zweite, was ich noch empfehlen wollte, ist, wer die Scheibenwelt-Romane kennt. Leider ist Terry Pratchett, der Autor, ja vor ein paar Jahren gestorben und liefert keine neuen mehr nach. Aber das, was er hinterlassen hat, ist ein ganz großartiges Werk mit vielen verschiedenen Figuren und Serien innerhalb dieses großen Zyklus. Und der, der mir immer am besten gefallen hat, ist die Hexenreihe, also die Witches-Reihe, wo es eben auch um einen, in dem Fall tatsächlich, Hexenzirkel geht. Und wer Terry Pratchett kennt, weiß, dass das dann nicht einfach nur Fantasy ist, sondern er auch sehr viele Seitenhiebe auf unsere moderne Gesellschaft macht. Und die Hexen nicht nur mit Magie, sondern auch mit Wortgefechten und ihrer, ja dann doch, Position als ältere Frauen den Vorteil daraus ziehen, dass sie das bekommen, was sie wollen. Ist ganz großartig, ist richtig lustig, lest unbedingt die Hexenreihe von Terry Pratchett, die auf der Scheibenwelt spielt, wenn ihr einen wahrhaftigen magischen Zirkel erleben wollt. Cool Martin, vielen, vielen Dank für die Tipps, die du mitgebracht hast. Da habe ich ja ein bisschen was, was ich mir anschauen kann. In der Zeit, in der ich keine Magic-Karten angucke. Hä? Guck das an, das ist ein sehr schöner Film, auch für den Herbst jetzt. Dann sind wir am Ende und bleibt uns gewogen. Findet uns auf www.tastymtg.de. Dort könnt ihr uns auch Kommentare hinterlassen, wenn ihr beispielsweise keine Plattform wie Twitter nutzt. Denn auf Twitter könnt ihr uns auch finden unter tasty-mtg. Dort könnt ihr mitverfolgen, wie ich gerade in der längsten Magic-Partie meines Lebens bin, im Austausch mit dem Flo, at Nerds Flo. Schaut euch das mal an, das ist ganz spannend. Also, folgt uns, hört uns, so wie jetzt diese Folge auch und hinterlasst uns sehr, sehr gern auf den Plattformen, auf denen ihr uns gefunden habt, einen Kommentar und eine Bewertung. Und dann kriegen wir zum einen Feedback von euch, was ihr gut findet und was wir vielleicht mehr und oder besser machen können. Und es hilft natürlich auch dabei, dass der Podcast sichtbarer wird und noch mehr Leute ihn finden werden und hören werden. Ein Wort noch ganz kurz, bevor wir uns verabschieden, an EdEllen Regbo auf Twitter. Die hat uns dazu angeregt, da sie ein sehr langsames Internet bei sich zu Hause hat, auf dem Land, wie sie schreibt, haben wir uns dazu entschlossen, einen weiteren Feed anzubieten, den wir vertwitternd werden, den ihr auch auf unserer Website findet. Den sogenannten geringen Bandbreite-Feed, wo wir den ganzen Podcast nochmal ein bisschen niedriger aufgelöst, aber mit deutlich weniger Megabytes ins Netz stellen. Also, wenn ihr unterwegs seid und trotzdem Tasty MTG hören wollt, abonniert diesen Feed. Cool. Vielen, vielen Dank, Martin, dass du das gemacht hast. Du bist hier auf jeden Fall derjenige, der das möglich gemacht hat. Ich hätte nicht gewusst, wo wir da ansetzen sollen. Geil. Schön. Wunder, wunderbar. Wir haben viel gelernt über Innistrad, vor allem darüber, wie schaurig schön Fachwerk sein kann. Ich denke, das sollten wir alle mitnehmen. Achtet mal darauf, wenn ihr das nächste Mal Fachwerk seht, ob euch da auch so ein leiser Grusel beschleicht. Ja, bis zum nächsten Mal. Wir machen noch ein Set-Review und davor machen wir noch eine Folge in diesem Jahr. Bleibt dabei. Und denkt dran, nicht nur Karten angucken, auch damit spielen. Ja. Tschüss. 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 Tschüss.